Moin, Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Plate Up, wo man zu zweit ein komplettes Restaurant managen muss. Wir haben jetzt eine sehr große Map freigeschaltet, was ich krass finde. Und hier wollen wir jetzt Pizza vollautomatisieren und unseren absoluten Rekord aufstellen. Ich bin gespannt. Max? Ja? Du hast das Franchise reingelegt und wir haben das Franchise jetzt gestartet. Nein, das glaube ich dir nicht. Doch, doch, doch. Das muss jetzt ein geisteskranker Run werden. Wir kriegen jetzt jede Runde eine Blaupause mehr. Das ist das OP bei meinem... Wie konnte das sein? Du hast das... Ich weiß nicht, wieso du das Franchise überhaupt ausgewählt hast. Wie kann ich das überhaupt auswählen? Du bist doch Gruppenmeister. Du hast es ausgewählt und reingelegt und dann haben wir damit gestartet. Weil ich hatte Pizza reinge... Ich habe Pizza reingelegt. Dann hast du das Franchise reingelegt. Das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wieso du das gemacht hast auch. Und dann haben wir mit dem Franchise jetzt gestartet. Was sind die Vorteile vom Franchise? Was sind die Nachteile? Nachteile? Die Leute kommen immer nur in Einsergruppen. Können wir nicht neu starten? Geht glaube ich jetzt nicht mehr. Sicher? Nö. Natürlich. Ich fahr's. Oh Mann, ich bin so kacke. Geht das echt nicht, Romatra? Was tatsächlich, du? Alter, 4 bringt nichts. Das ist dann der Speicherstand. Obwohl? Ne, wenn wir einen neuen Speicherstand machen, dann überschreiben wir automatisch. Stell mal um, wie du brauchst. Wir spielen einfach das Franchise. Das ist ein geiles Franchise. Das ist ein geiles Franchise. Wir kriegen jede Runde... Aber ist die Map so viel größer als die eine andere? Das Potenzial, was du noch nicht siehst, ist... Ist das obere, ne? Ist das obere. Ich kann hier komplett eine ultimativ kranke Waschstraße reinbauen und die dann nachher hier, guck mal, so anbinden einfach. Weißt du, das ist schon krank. Okay, das ist schon lecker. Da oben ist so viel Platz. Okay, wo sollen die Pizzen hin? Weiß ich nicht. So tust du erst mal aus, würde ich sagen. Ich mach mir hier unten meine Spüle. Sieben Gruppen kommen halt jetzt schon am Anfang. Ich hätte echt gern ein bisschen stilliger gestartet, sag ich dir, wie es ist. Nimm mal den Mist hier alles weg. Ich gehe hier in die Mitte. So viele Tische schon am Anfang. Ich gebe dir die Pizza hier hin. Ella mache ich hier unten. Ich werde hier bedienen. Hey, hey, hey. Danke. Danke, habe ich nichts gesagt, wozu du Danke sagen könntest. Na, später mit Teleporter. Also die Map und das Franchise ist schon sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ja? Ja, also das Franchise ist halt OP. Das ist wirklich ein gutes Franchise. Wir sehen keinen Erfahrungsfortschritt, aber das ist ja egal. Willst du die Teller nicht mal zu mir geben hier irgendwo? Wo? Oder nicht? Ich kann auch hier so über Eck machen. Soll ich mich einbauen, nö? Oh, mein Headset ist leer. Oh mein Gott, und mein Aufladegerät ist nicht hier. Nein, oder? Das hatte ich mit in München. Oh, oh. Ah, ich habe noch eins. Ich habe sogar drei. What the fuck, wie viele habe ich davon? Ja, ich glaube, wir spielen gerade, dass es ein Blutscher ist. Die Leute kommen echt nur in einer Gruppe. Aber da fällt viele. Ja, hallo? Ey. Ja? Controller getrennt. Zum Fortsetzen erneut. Verbinden oder Menü-Taste. Was ist denn die Menü-Taste? Das hier? Nein. Hier ist mein Controller nicht dran. Ich raste aus, ne? Ich raste extrem aus. Ja, es ist so toll, das Franchise. Das Franchise ist echt... So, wir haben Gäste bestellen ohne Wartezeit. Äh, wir haben Katal... Wir haben Verfahren schottet ohne Wartezeit und Solo-Essen. Und wir haben... Gäste müssen so schnell wie möglich bedient werden. Wollen wir die Buchungstisch holen? Mhm. Also, hol ihn, ja. Hol ihn schnell wohin, aber... Mach einfach schnell deine Pizza. Das soll... Also, eigentlich müssen wir es schaffen mit dem... Mit der Mikrowelle und dem Rohlleistungs-Spielbecken. Ich komme halt echt nur in einer Gruppe und müssen ganz schnell bedient werden. Okay, let's go. Oh. Ist ja gar nicht... Ist ja gar nicht mehr drin. Ich bin gar nicht mehr drin. Oh, man sieht den Stand nicht. Ja. Der will schon seine Pizza haben, ne? Guck mal, wie schnell die essen und wie schnell die... Wie wenig die überlegen. Ich muss die Bedienung nicht annehmen, weil die ganz genau wissen, was sie wollen. Ist das ein Vorteil? Ja. Eigentlich ist es geil. Dann sitzen die nicht so lange da, wie letztes Mal. Okay, ist geil. Sollte eigentlich noch easy sein. Ich kann halt auch mal den Buchung-Tisch drücken. Vielleicht macht das auch. Du hast so viel Pizza vorbereitet. Ja, hab echt viel Pizza hier. Okay. stark wir kriegen jede runde sechs blaupause in dem franchise das ist boner maschine was ist das wird das nicht abgegradet zu dings geschirr ist immer wichtig kochstelle ich würde sogar direkt einmal ja wir brauchen den forschungstisch wir müssen den forschungstisch save mehr ich bin blau ja ich bin der koch romantra der kellner jetzt könnten wir mitnehmen aber brauchen wir nicht kriegen wir auch noch mal und kostet so ohne maschine sagen die leute stark erhöht bewegung und verhindert verschütterung er musste aber benutzen ok roll schade ja nochmal rollen würde ich jetzt nicht was haben wir denn was haben wir denn mixer brauche ich auf jeden aber können wir nicht leisten kannst du erstmal mitnehmen sonst im notfall ja dann lass es spielen wir kriegen ja nächstes mal echt ok ja pech gehabt ist so wie es ist ok let's go jetzt wir auch erst die dinger legen können aber ich muss doch gar nichts mehr machen der nimmt das jetzt von alleine an und isst einfach das ist sogar gut vielleicht dass wir das franchise gespielt haben oder? es ist ein gutes franchise es ist ein sehr sehr gutes franchise es ist ein sehr sehr gutes franchise ich hätte halt eigentlich gerne erst ein bisschen später gespielt ich kann damit euch sagen ja herzlich .: j man ich 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 es Wie die wieder in die Küche rein siffen, ey, die spinnen doch. Ja ja, die spinnen wirklich. Guck mal auf das Telefon, oder? Habe ich schon, ich habe das schon so viel genutzt wie es geht, glaube ich. 68, guter Run. Küchenbodenschutz mag ich immer, Kochstelle, Tresen, Öl. Ist alles scheiße, ist alles scheiße. Also das Geschirr sollten wir mitnehmen und dann einmal... Also wirklich scheiße, wirklich scheiße. Für das, was wir vorhaben. Brauchst du deine Tresen da oben? Ja, hundertprozentig brauche ich die. Ich werde einmal rollen, ne? Ey, das Game verarscht uns halt komplett. Scheiß drauf. Das, wir brauchen einen Forschungstisch, das macht uns keinen Sinn. Das macht uns keinen Spaß auch einfach. Wir müssen nochmal rollen. Sicher. Ich nehme auch mal hier das Ding wieder raus und wir rollen nochmal. Ja. Müssen wir, das macht uns keinen Sinn. Wir müssen das Lake-Game skalieren. Wir brauchen einen Forschungstisch. Laupausenkabinett nehmen wir erstmal mit. Wir können nicht nochmal rollen. Ich weiß nicht, wie sowieso gefickt werden gerade von dem Game. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Was ist das? Controller getrennt. Warum der Controller getrennt? Oh Mann, Alter. Wenn das mitten im Game passiert, sind wir dead. Haben wir verloren? Warum aber ist das so? Ich save mal deinen. Hä? Ich habe deinen Mixer gesaved. Und dann können wir noch save machen. Wenn das da passiert, ist das ja Katastrophe. Wo ist der angeschlossen? Hab ich das geändert? Der muss den USB 3.0, ne? Der hat ja gerade funktioniert. Der muss ja eigentlich funktionieren. Das gefällt mir nicht. Kabelbruch? Nee, komm. Da hat sich keine Angst. Das ist aber kein Kabelbruch. Was ist Kabelbruch? Kabel wahrscheinlich? Kein Konto. So, zwei Blaufrausen. Geht der? Genau, da tun wir noch irgendwas rein. Einfach nur, damit wir, falls wir nichts runterrollen, mehr rollen können. Ist das so, dass das geht dadurch? Ja, hat ja gerade auch funktioniert. Ich überlege gerade. Wir müssen auch die ersten Upgrades für mich holen. Weil du hattest gerade schon wieder. Also wir müssen immer da schauen, wo der Engpass ist. Ja, ich überlege gerade. Ey, ey, ey. Ja, was machst du denn da? Wie es Chili stellen kann. Wie es Chili stellen kann. Meine Arbeitsfläche hier ist nicht schlecht. Ich nehme beide hier hinten. Habs. Okay, ready. Hier. Hier. Hier kann ich sie bewegen. Ich lebe das halt direkt in Wärme nur vier Stück. Soll ich mal das Telefon ein bisschen benutzen? Das harte bei dem Game ist, wenn es vorbei ist, ist es instant vorbei. Ja, ja, das ist echt das harte. Da musst du halt vorher alt drücken, ne? Ja, ja, irgendwie. Aber ich sehe es halt teilweise gar nicht, ne? Das ist echt knallhart. Oh, das ist natürlich. Gäste können nach Geschäftsschluss ankommen. Müssen wir. Ja. Nach Geschäftsschluss? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Bestisch. Oh! Forschungs. Den müssen wir halt einmal mitnehmen, ne? Aber weißt du was? Guck mal, wir stecken den ein. Die Sachen im Forschungstisch werden nicht gerollt, ne? Ne. Ja, dann wird hier jetzt noch einmal gerollt und wenn wir Glück haben, nehmen wir noch einen. Und danach können wir nicht noch mal rollen, weil dann wird es schon wieder zu derbe teuer. Ja. Boah, wir müssen so hoffen, bitte. Mhm. Wir müssen noch einmal. Einmal wissen wir noch. Hink nichts. Wir können eh nicht beide kaufen. Oder willst du wirklich noch einmal rollen? Wir müssen einen mitnehmen dann. Ja. Ich will noch einmal rollen. Das ist over. Wie können wir so Pech haben, ne? Ja, starten. Hm. Ja, warte, ich save mir noch die Fußmatte, weil die siffen mir echt in die Küche rein, dann kann ich mich nicht bewegen. Ja, mach das. Dann kriegen wir die nächste Runde in den Forschungstisch. Wir haben erst Takt hier. Bereit? Ja. Wir machen eine neue Taktik. Mach du mal die Tomaten hier, zack. Ja, ist eine viel bessere Taktik. Dann nehme ich den. Mach so. Pause war eine bessere Taktik. Wow, war das schnell. Hey. Hey. Ah, du bist zurück. Und zu. Diesel. Das ist nicht mal Geschirr. Also wir haben so einen Drecksstart. Stimmt. Aber dafür haben wir zwei Forschungstische. Ne, einen. Zwei Blaupasen für die Mittel. Stimmt, sorry. Ja, dafür haben wir zwei. Wir haben jetzt so viel Vorprodukte. Ich klingel mal ein paar Mal. Wir haben jetzt so viel Vorprodukte. Ich klingel mal ein paar Mal. Ich klingel mal ein paar Mal. Ja, das ist echt nervig. Ich klingel mal ein paar Mal. Ja, das ist nicht richtig. Ich klingel mal ein bisschen. Die sind zwar nicht schnell. Ja, der geht halt nirgends rum. Die verteilt sich ja bei mir schnell. gekauft. Du kaufst jetzt den zweiten Forschungstisch bitte nicht, lässt ihn da drin, weil letztes Mal hast du den zweiten Forschungstisch gekauft. Das war schlecht. Jetzt haben wir aber beide ein Upgrade, da kann ich ja auch direkt eine Kochstelle upgraden, oder? Für was? Ach für die sichere. Ja? Ja, wir können eh nicht noch mal rollen, das ist das Beste, was wir machen können. Ach so, Mist. Oder war das in Reichweite für das Ding? Ich glaube nicht. Okay. Ja lass die Kochmatte kaufen, oder? Ja, die hätte ich gerne. Wohl dir. Das bringt noch mal einen Tresen, wenn ihr upgraden könnt, das hab ich immer noch nicht verstanden. Ähm, ich weiß es auch nicht, absolut keine Ahnung. Acid Upgrade ist auch stark, weil dann können wir später Beilagen auswählen und wenn wir Metalltische haben, dann bestellen die keine Beilagen. Das ist halt fucking OP. Okay, let's go. Das ist krass, ok. Schneller schneiden bringt bessere Tresen, ok, schnell arbeiten. Boah, ich schneid mal erstmal. Dann mach ich noch eine Upgrade. Junge, wieso dauert das so lange? Das scheiß Upgrade. Ach, weil alle... Was haben wir noch für Nachteile? Sehen wir, wie Geduld runter geht? Ja, ja, das sehen wir. Bis zum nächsten Mal. Digga, wie ballerst du die Pizza weg? Ich komme gar nicht hinterher, hä? Ja, die essen halt direkt. Guck mal, man muss nicht mehr annehmen. Wir dürfen auf gar keinen Fall Beilagen wählen. Wenn wir Beilagen wählen, haben wir sofort verloren. Aber so ist es ein Vorteil. So ist es ein Vorteil. Ich glaube, die setzen sich sogar an Tippen, wo Sachen draufstehen. Was? Das ist ein unglaublich starkes Franchise. Wie kann das sein? Ich habe Glück gehabt. Ich habe einfach Glück gehabt. Das ist, glaube ich, mit das stärkste Franchise... Ah, ne, doch nicht. Schade. Ich glaube, wenn es nicht abgeräumt ist, stört es nicht. Irgendwie sowas. Ah, wir können den Tits benutzen da oben, ne? Den... Ja, benutzen. Jo, 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 ich habe keinen Teller hier. Chill. Ich komme nach vorne zu dir. Ja, geschafft. Sau gut. Da kommt noch einer. Ah, weil nach Ladeschluss noch Leute kommen können, die Wichser. Da kommen noch zwei. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Das ist doch zu. Laden ist zu. Laden ist zu. Geht, schnell. Das Game ist so geil irgendwie. Ja, ja. Ich finde es besser als Unrealed. Es ist doch besser als Unrealed. 100 Flocken schon, super. Ach, 2 und so. Aber ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Rabattisch müssen wir nochmal upgraden. Brauchen wir nicht. Und eine gefährliche Kochstelle, die können wir wegwerden. Dann lass Pflanze mit mir Geduld. Ich würde sagen, wir stacken einfach so ein paar günstige Gedulds. Was hast du da ausgewählt? Musste ich. Gab nichts anderes. Andere war shit. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Werke, Foto, Dekoration. Gibt hier irgendwas? Zwei Burger? Ich habe noch nie mit Burger gespielt. Ja, es gibt irgendwie alles nur einen Burger. Aber das sind alles Sachen, die du an die Wand hängen kannst. Deswegen ist es eigentlich ganz schillig. Wollen wir eine Pflanze kaufen? Ich habe jetzt gerade schon so ein Foto gekauft. Können wir immer noch Pflanze kaufen? 10% mehr Geduld? Oder? Ich würde nochmal zwei, wenn, dann kaufen wir nochmal zwei einzelne Burger. Dann Deckenleuchte. Hol die Deckenleuchte ran. So sie nach draußen irgendwo. Guck mal, die kriegen hier. Lass noch einen Burger holen. Hier, das nehmen wir, Werbefoto. Guck mal. Guck mal. Ich habe raus gewonnen, wie die Böden funktionieren. Guck mal. Na? Guck mal. Wir können jetzt hier die Wände, wenn wir es hier reinlegen. Guck. Warte. Zack. Jetzt werden wir einen roten Raum. Siehst du? Boah. Oder stresse ich das? Finde ich gerade ganz schlimm. Finde ich gerade ganz schlimm. So besser? Warte, wir können auch wieder Weiß machen. Wir können auch wieder Weiß machen. Boom. So war es. So war es nicht. Doch. Ich schwöre. Okay, dann lass starten. Weiß ich nicht mehr. Warte. Ne, können wir nicht. Lass doch was. Upgrade tun, oder? Sichere Kochstelle wieder. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht nochmal. Wieso nicht? Die ist nicht nochmal upgradebar. Das ist ja krass. Ja, das heißt wir müssen den hier nochmal upgraden. Haben wir alles? Aber sonst noch ein Burger Ding mitnehmen hier? Ne. Naja. So einen? Ne? Ne? Ne, ne. Gut, lass starten. Direkt rauf, zack. Und zack, 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 zack. Nein, die haben Hunger. Max, die haben Hunger, unsere Gäste. Sie wollen mit dem... Ich hab hier schon einen Teller für dich, zack. Richtig. Wir brauchen dringend neue Teller. Also der Run lief echt scheiße, scheiße, scheiße ging der los. Digger, wie schnell fress die die Pizza weg? Ich komm nicht hinterher. Ja, vor allem alle eins. Das ist nirgends nervig. Krang, also langsam brauch ich mal einen Mixer oder irgendwas. Wow, du kostest zwei Pizzen in Überschuss. wir haben einen gast und acht pizza stücke gerade 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 gut ja oder nicht guck mal wie viel pizza du hast das stimmt ich brauche irgendwas besseres demnächst wir werden die so mit küchenmatten voll scheiß das kannst du dir nicht vorstellen der upgrade richtig ist das der kopierer ja ich glaube das kopiert kopiert den nehmen wir direkt also mit vier teln ist das nervigste überhaupt kommt danach noch was also das reicht doch oder safe ich komme zu dir sauber kunden werden durch sauren verlangsamen müssen wir machen ja 130 schauen wir haben jetzt den kopiertisch den werde ich direkt kaufen spülbecken küchenbodenmatte kochstelle können wir für dich upgraden upgraden aufpassen upgrade und kopieren aufpassen ja ja upgraden ist links wir können wir küchenboden schutz die kopierer packen können wir können wir können wir sagen wir jetzt besseres haben dann ja dann war es das go da fange ich dann direkt an nein warte obwohl die kann man gar nicht upgraden die kann man gar nicht upgraden deswegen ist egal kann ja auch drin bleiben ok let's go wollen wir den kopierer und das ding ein bisschen trennen voneinander ne ne ey warte mal es sind beides upgrader das eine ist kopiert und das eine lässt sich gar nicht upgraden ach alle vorgänge sind langsamer ne ich glaube dass die sichere kaufstelle geworden ist gut für dich braucht aber ewig ich kopiere mal nicht fertig ich lass dich mal fertig kopieren später muss jetzt den typen bedienen ist schon wieder fantastisch wie das hier läuft oder oder wir haben ja noch nichts automatisiert haben wir durchgeklingelt klingel ruhig noch mal rein ey ja da musst du mir aber gleich die sachen hinstellen bis zwei mal habe ich reingeklingelt ich lass uns das schon umbringt jetzt haben wir denn irgendwo eine leiste oder wissen wir gar nichts jetzt sind wir komplett blind fluch doch unten ist unten ist die du siehst doch die ersten seite von den leuten oder unten nichts ne unten sehe ich nichts da ist doch immer so ein mond oder nicht ja genau aber den siehst du ja ne ich sehe den nicht ja wenn der kommt also jetzt grad ist er auch nicht da ach so ok das war aber ne frage die kommen rein wenn da auch ein pizza stück liegt sicher ne ne ach so lass doch mit kopieren haben wir ne ja ja wir haben alles gemacht siehst du immer daran dass da eine kopie drin liegt und du hast das im franchise dass die leute nur einzeln kommen ja ja ich glaube das wird später richtig stressig aber am anfang ist es mal gar nicht so schlimm naja ist es so stressig später wenn wir alle alles problematisch haben ich glaube es ist nicht stressig weil die leute so schnell lau pausenkabinett kaufen 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 oder kopieren kopieren sag ich sogar ich sag auch kopieren aber wir können auch deine sichere kochstelle schon kopieren aber ich weiß nicht wie wertvoll das ist das ist nicht so wertvoll die kriegen wir später auch so ich kauf die einfach schon mal an jetzt guck mal hier hinten können wir diesen ganzen raum hier haben wir noch gar nicht angeguckt dann lass mal aber umstellen hier ne weil jetzt ist es gerade auf upgrade ich hab sie mal einfach gekauft ne die sichere kochstelle ja was gibt es hier noch? Dresen brauchen wir diesmal langfristig auch ich brauche obwohl ne ganz langfristig nicht mehr ein Küchenboden schon zu erkaufen geil so das ist der Kopierer ja 23 Leute kommen das heißt du musst viermal 23 Pizze machen ne 23 durch vier Pizze machen soll ich meine Kochstelle soll ich die schon hier nach oben nehmen? ne dann sifft das nur ich bin bereit ich glaub so langsam kommen wir rein das einzige was halt ich glaub auch ich bin auch bereit oder ich glaub jetzt ist mir lang gelaufen ne? wo? hier? da oben lang ja oh stimmt das gefällt mir nicht dann machen wir jetzt dann kommst du schon einfach weg so ok nur kopieren ne? ok alles klar ja so weit ist einmal kopiert Alter what the fuck ich hab gedrückt ich hab echt gedrückt ja oh Gott jetzt bin ich grad rausgekommen boah 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 ist das so stark das ist so stark ich habe ja direkt abräumen und wenn er draußen wartet dann ist er direkt weg wie schnell ist das sieht so gut aus wir machen es gut haben wir schon kopiert ja drückt das telefon noch mal ist alles fertig haben sie unterteuert kann man hier recht unten machen ja schön 41 schön 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 wir hier tablett ständer geschirr brauchen wir mal raubhausen kann man nicht auf mich direkt der schock auf mir direkt ja spülbecken und jetzt ist eigentlich an der zeit dass wir den raum hier hinten und schleißen ja ne wirklich machen dann muss die frage ist wer kopiert einmal das ist relativ weit weg obwohl von mir aus geht es rein theoretisch noch wir kopieren nur noch ne ja wir sollten nur kopieren irgendwann jede runde vier sachen kopieren ja das ist doch krank ist krank ja nur das kopierte können wir nicht kopieren nur das kopierte können wir nicht kopieren genau ähm ich nehme einmal ab würde ich auch gerne upgraden nein du musst wieder rein aber der kopierer hat sich eine reichweite doch ist er doch ist er nein ja klar hier ist eine reichweite achso das wollen wir aber nicht kopieren das würde ich gerne upgraden hier hier kommen wir nicht durch ist in ordnung ne ja ja scheiße warte mal was ist hier denn drin guck mal das die zwei sachen wollen wir kopieren und das hier würde ich gerne upgraden was ist das äh das sind spülbecken für full automatisch vielleicht später ja tablett brauchen wir noch nicht kochstelle könnten wir upgraden wir kriegen jetzt jedes mal ein blaugpausenkombination das ist natürlich auch geil ne ok krass ja wir drücken nicht so viel wir müssen jetzt mehr kopieren dann nochmal also ja 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 ok let's go so ist die eine küchenmatte längst die andere sind quer das hat mich super sauer ich glaub die eine hast du platziert tatsächlich oh die freezen leute die sind am freezen da draußen scheiße ist das schlimm ja ist es guck mal wie schnell die zeit runter geht kannst du mir eine anrichten ja danke jetzt wird es schon stressig ne weil also das fenster was ich hab das ist auch mit äh ja sind alle die essen super schnell das ist so fast food mäßig ist auch das was ich ausgewählt habe weißt du was ich meine also die essen super schnell und verpissen sich super schnell aber dafür wollen die halt auch schnell bedient werden und so und deswegen warten die nicht lange in Schlangen und so stuff aber dafür ist es halt im lädgehen glaub ich ich glaub auch ja vor allem wenn du halt einmal mit zuvor produziert das geht es mir richtig gut wieso 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 oder oder von denen kannst du auch so rein theoretischen rausnehmen ja einmal kopiert also ich sage jetzt mal genau welches der mich machen musste die eigentlich haben ich bin der blaue und ich bin der koch ich sag euch gleich was ich machen muss in den teig tomaten nehmen entscheidend schneiden und zerhacken zu markt auf die pizza liegen schneiden muss den rat ein bisschen was schneiden zwischendurch käse nehmen käse zerschneiden auf die pizza pizza nehmen in die mikrowelle zu starten gewonnen eigentlich ganz einfach und dann bestimmt werden ausgeblendet wenn man nicht in der nähe ist ja scheiß drauf naja ist auch immer das ist gut 133 wir haben nicht noch mal kopiert doch du hast noch mal kopiert tornschuhe finde ich geil finde ich geil schneller bewegen so also das ist so ein derber scheiß waste kombinierer ist wichtig für dich später doch doch wenn du pizza verlaut das passt scheiße stimmt kombinieren du musst ja deine du musst deinen teig mit deinem scheiß kombinieren erst mal noch im blau pausen kabel hier einstellen wir brauchen jetzt mal wir brauchen jetzt mal hier ein förderband so ich sag's wie es ist ja also jetzt ist es an der zeit dass hier ein förderband kommt ich finde die tonschuhe extrem krass so ein derber waste alter können sie was kopieren was wir brauchen aber wir können kopierer die kochstelle noch mal wieder reinpacken und upgraden oder ich glaube du brauchst mir sollten den kombinierer schon mal verdoppeln was musst du denn später alles kombinieren denkt man ja aber die kochstelle upgraden ist doch hier zu hier rein zack guck mal bumm ist doch gut was ist hier drinne geschirrspieler hast du gerade schon geschaut das ist nicht dass wir das vergessen wer das ein kombinierer kaufen nee oder verdoppeln ich glaube nicht dass wir noch mehr blau pausen kabinette brauchen oder doch dann glaube ich nicht dass wir noch mehr ich kaufe einen kombinierer wir müssen den vermehrfachen ja langfristig finden wir noch einen hundertprozentig das brauchen wir doch so doll erst im late game so doll im late ja kauf ihn komm kauf ihn steck ihn ein steck ihn ein weiß nicht wie der funktioniert ne ich glaube du wirst ihn jetzt nicht benutzen ich glaube alles was du da drauf legst auf den kombinierer wird mit dem was da liegt kombiniert es könnte sein dass wenn du zack also wenn du wenn du es könnte sein dass wenn du mehl nimmst oder drauf legst das dann aber ich glaube ich weiß es nicht das nicht nein nein ich brauche eher fertige tomaten siff er dann auch dein scheiß kombiniert wird ja den nimmt man für öl nachher für öl aber vielleicht hast du öl draufstellen und dann tust du in den mixer und in den mixer tust du äh tust du dough und dann wird da direkt pizzateig draus mhm wäre krass wenn es stimmt ich brauche einen kombinierer mit mehl und öl da brauche ich einen kombinierer mit dem pizzateig und den tomaten gehäckselt und dann brauche ich einen kombinierer mit der pizza mit tomatenmark und dem käse du kannst was auf den kombinierer legen dann wirft er es auf dem teller den du daneben stellst ok dann lasse ich den erstmal noch weg oder ich brauche den kombinierer glaube ich als einfach als zum zum platz versperren für mich zum einfacher machen einfach hin zum platz versperren ich zeig's dir damit ich über eck arbeiten kann aber ich glaube wir brauchen jetzt einen esstisch mehr guck jetzt kann ich hier über eck den bedienen auf einfach tatsächlich den brauchst du als versperrer werden wir aber auch noch einen tisch hier oben als doppelt versperren nehmen all right so und jetzt versperre ich mir hier so den platz mit dem kombinierer jetzt kann ich hier so über eck und hier über eck bedienen aber einen tisch mehr und ich rutsche nicht aus oder irgendwie so eine scheiße ja es kommen 30 leute es wird richtig stressig jetzt habe ich irgendwie ich schneide ich schneide ich schneide ich schneide die alter ich hab dich wir müssen langsam mal wir skalieren zu viel weißt du sie ja ja ich weiß wir machen uns immer stärker fürs late game anstatt uns einfach mal jetzt stärker zu machen Wenn wir noch nichts bekommen was uns jetzt stärker macht Und nicht so viele teller ins system bringen weil sonst bin ich auch gefickt Nimm einfach immer am besten nur die vier teller die ich dir gebe Was ich meine? Oder ich leg die hier hin quasi Das ist geil Was ist geil? Ja wie das sitzt also mit der hilfe ist geil Ich hab noch einmal kopiert muss gleich noch mal kopieren Ich hab noch einmal kopiert muss gleich nochmal kopieren Drei sachen oder zwei sachen kopieren? Alles einfach Drei mal was? Mit kopieren machst du auf jeden Fall nichts falsch Vielleicht musst du das dritte nicht Drei mal was? Mit kopieren machst du auf jeden Fall nichts falsch Was? Du brauchst noch eine Pizza ne? Ja 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 Manchmal putscht man sich da aber auch gegenseitig rum ne? Noch eine? Noch eine? Nein oder? Vielleicht? Aber ich weiß es nicht Wir haben noch kein Förderband bekommen Ups Weißt du Mein Fehler Ey wie viele Leute kommen Aber machen wir dadurch mehr Geld wenn so viel kommt? Ja ja Wir machen grad unglaublich viel Geld Wir kaufen echt viel jede Runde Oh ich hoffe das war der letzte Ich hab keine Pizza mehr Ja Perfekt Punktlandung 144 in einer Runde Das ist ne Guck mal Jetzt schaust du das Verbrauchsgüter Ist nicht so geil Aber ich glaub das letzte ist geil Dann setzen sie sich auch an den Tisch wenn's dreckig ist Und das ist wirklich stark Ich glaube das ist das letzte hier Ja wir kaufen hier auf jeden Fall hoch Wir brauchen das Geld Oh warte Warte Noch ein Werbefoto Was ist hier denn drin? Was ist das? Einweichbecken Brauchen wir doch oder? Ja Und du hast ne Wir haben zwei sichere Kochstellen für dich die wir kaufen können Zwei? Ja dann kaufen wir direkt beide Ich glaub mehr brauchen wir auch nicht oder? Leg hier unten hin erstmal Mit drei sicheren Kochstellen musst du reichen Sack gekauft Nehm ich hier auch raus ne Ja drei muss reichen Drei muss reichen Oh das wird richtig krank mit Pizza ne Anstatt mit Kutte Da musst du mir helfen Ich weiß nicht wie das geht Ich auch nicht Das müssen wir zusammen rausfinden Ja ja das schaffen wir schon So was haben wir noch? Dann lass Dekoscheiß kaufen Ich mach hier krasser Behälter Einweichbecken kopieren Ich stell mal den Upgrader so hier unten hin Dass sie sich aussehen Und noch ein Kann man hier durchlaufen? Vielleicht den bauen? Ja kann man Man darf es noch nicht verbauen Dekoscheiß was ist das? Neon Ne Neon Leuchte Wäre so viel Platz Schild Boden gewischt Ja hier stell es auch mal raus hier Wir müssen auf 6 kommen ne? Lass noch einen auf 1 Dann nehme ich hier Neon Kacke Habs Habs, 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 Habs Eat Vielen Dank So Guck mal Halbiert Zeit Aber keine Pflanze haben wir noch nicht gekauft? Ne ne? Mehr Geduld Macht das nicht Sinn? Ja Ja, ja doch Glaub man das ist smart Guck mal Wo ist sie denn? Haben wir nicht Oder ein ruhiges Gemälde? Was macht das? Was macht ruhiges Gemälde? Verdoppelt die Verdoppelt Geduld führt nachdenken und ausliefern Und ist ausliefern Also nachdenken tun die bei uns nicht Weil die genau wissen was die wollen Hilft das? Ja mach mal Mach mal Ich glaube es ist worth Obwohl Ne ne ist es nicht worth Wir brauchen das Geld nicht Ey wir brauchen das nicht Wir müssen die eh abfüttern Wir verlieren eh wenn wir sie nicht abfüttern Okay Dann starten ne? Ja Willst du da starten oder beim probieren? No 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 du hast vollkommen recht Aber warte mal was ist am wichtigsten jetzt gerade? Wir haben hier ein Einweichbecken das kopiere ich Das wird schon wieder zu eng da durchzulaufen Mach mal ein äh Kabinett und tu das ein nach oben Das ja So Ja Okay okay Let's go Probier ich zweimal oder noch einmal? Ich glaub zweimal krieg ich hin oder? Wir haben dann genug Kabinette auch Wir müssen jetzt auf die scheiß äh Und das alleinige schneiden ist stark Selbst ohne Teller wenn es Notfall ist Ja Das schneiden ist schon stark Weil Auflegen auf dem Teller ist schnell gemacht Du bist quasi der ähm Der Portionierer bist du Ja Du bist quasi das Förderband Ich bin das Förderband Digga die ziehen schon gut Ja ja Die ziehen schon gut Hast du ein oder zweimal kopiert? Nur einmal Ja So ich hab jetzt geschnitten Putzen gemacht wie Sau Das muss ich jetzt mal kurz halten Einmal kopiert Achso das war's Du zweimal kopiert du Schwanz Achso wir haben nur eine Wir haben nur zwei Sachen zum kopieren wahrscheinlich Achso Ich ja auch Oder? Ja Nee drei Sachen aber nicht vier Ich hab nur zweimal Aber du hast einmal jetzt Ich hab einmal ja Aber ist fertig Das ist doch geil Oh oh Sehr gut Hey Nicht reingekommen Nervt Das Problem ist wenn ich meine Kochstellen benutze Die sind zwar geil und sicher und vollautomatisch Aber die sind ähm Die machen alles dreckig Ich kann mich da nicht mehr bewegen Aber wenn wir jede Runde eine Küchenmatte kriegen Ist auch gut Ja Boah ist das schon wieder ne Struggle ne Wir sind Tag elf und wir haben noch drei Wir sind auch schon Tag elf Ja aber bringt ja nichts Achso doch wir saving das Franchise wenn wir verlieren Wenn wir über Tag 15 kommen ne Ach scheiße Ja aber jetzt brauchen wir den Rekordrun Ja ja kann man ja Weil ich noch keinen Greifer Aber wenn wir ja erstmal einen Greifer haben Man wird auch Kopierer Ach ne wir brauchen ihn dann wieder zweimal kriegen ne Jetzt wenn wir ja jetzt einen Greifer kopieren Wir können ja nicht den Greifer Den kopierten Greifer kopieren Ne können wir nicht Also eigentlich haben wir schon verloren Also Ne Nein nicht verloren aber Ist schon nicht so geil Eigentlich hätten wir auch schon jetzt einen Greifer haben können Den man jeder runter kopiert Weißt du was ich meine Ja aber so haben wir erstmal nur die Laupausen kopiert Was auch gut sein kann 149 stabil Das muss ich mal gönnen Ohne Maschine Esstisch Gasbegrenzer Spülbecken Spülbecken Upgrade Für ein Waschbecken Einweichbecken Ne Ne Wir haben ja schon ein Weichbecken Ich würde sagen ich roll jetzt Ja dann lass alles behalten und rollen Finde ich doof dass das passieren kann Portioniere erstmal kaufen Kaffeetisch haben wir auch noch nicht Kaffeetisch könnte stark sein Was ist das hier? Blaupausen kann man dir Kannst noch kaufen und unten rein stellen Unten Unten rechts Unten links Ganz unten links Das rechte Ding ganz links Ich koste nur 20 Wie krass ist das? Hier ist gut? Ich roll nochmal oder? Ne warte mal Jetzt haben wir nur 3 Wir können 4 Kaffeetisch nicht kaufen Kaffeetisch Nein 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 Okay Wir brauchen jetzt ganz ganz dringend Ja Wir nehmen Wir nehmen den Upgrade Forschungstisch Wir nehmen den Forschungstisch Wir graden den Up und kriegen hoffentlich Wir kriegen hoffentlich Das ist Blaupausending und dann müssen wir hoffen Das Da rein genau Aber stopp mal Lass doch noch ein Blaupausenkabinett Kabinett Komm noch einen Kopierer packen Wir haben noch einen Kopierer Platz 2 Wir brauchen keine Blaupausenkabinette mehr Du kannst... 4 und 4 brauchen wir 4 und 4 brauchen wir Ja ok von mir aus Und was ist wenn wir noch einen Kopierer haben? Ja im Ernst? Wer ist das wenn wir 8 Kabinette haben und 2 Kopierer? Ich mein das ist alles krass Aber wir werden gleich verlieren Weil wir kein einziges Förderband haben Keinen einzigen Mixer Weißt du was ich meine? Nichts Wir sind wirklich Wir müssen es Wir können nichts anderes machen Was bleibt uns übrig? Ich mein die kostet ja nur 20 Ja ja stimmt stimmt du hast recht Es bleibt uns nichts anderes übrig Wir sind aber ein bisschen gefickt Lass doch das stehen Ist doch egal oder? Ne ist doch geil also zack 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 zum Start Ist besser Ähm lass kurz überlegen Portionierer wo muss ich das immer hin tun? Hier ne? Ja Dann lass den doch hier hin packen Ja Dann tu ich da an die Ecke Dann sind sie hier fertig Ja? Ok, ja Aufwärtser fertig Fuck Was denn? Riesenfehler gemacht Einmal verklickt Oh shit Gigantischer Fehler Ich hab nirgmal Müheimer hier Einmal x zu wenig gedrückt Ah du kannst doch schon Teller drauf packen Das ist ja cool Mit einem Typ warten doch auf mich grad schon ziemlich lange Ich hab nirgmal 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 Und Sachen auf Teller legen für mich Und Sachen auf Teller legen für mich Ich hab nirgmal Boah ist das grad so wieder stressig Ist das auch smart Dass die Tische so weit auseinander sind Du musst drei Tische bedienen Bis zwei Tische bedienen Bis zwei Tische bedienen Ich lass einmal kopieren aus Wir haben grad gar keine Pizza mehr Dann die vier Stücke haben wir noch Ach du Scheiße Na? Vielleicht verlieren wir Warum? Weil die Zeit auf dem abläuft Der Mond war doch nur die Hälfte Ist doch noch chillig Aber gleich hat er nicht mehr die Hälfte Wir haben grad null Pizza Komplett null Ich schaffs nicht zu kopieren Ich schaffs nicht Ich schaffs nicht Ich musste den Drecking dahin legen Ich geh nicht anders Hier Hier Brauchen wir noch ne Pizza? Sonst kopier ich lieber Ich kopier ich kopier Ja ich hab verloren Oder? Ach ne Oh mein Gott Ist glaub ich der letzte gewesen Deswegen war es egal Oder? Ne war nicht der letzte Brauchen wir noch Pizza? Ja Boah ist das stressig Fuck Ja gerade ist es echt abgefuckt Guck mal ich will da noch kommen Ne Jetzt macht es keinen Spaß mehr Ja Brauchen wir noch ne Pizza? Ja vielleicht Drei Stück Ja da ist noch einer Scheiße Ja Ja Wir haben zu viel geskaliert Max Hast du es geschafft oder? Nächste Runde ist unser Tod Nächste Runde ist unser Tod Nächste Runde ist unser Tod Oh Mann ey Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Mann Wo sind jetzt die Greifen? Nächste Runde ist unser Tod 25% mehr Gäste 50% mehr Gäste 50% mehr Gäste 50% mehr Gäste Ne nicht alles ne Doch Hast du es geschafft alles zu kopieren Ja ja hab ich es geschafft Portionierer müssen wir kaufen und in die Ecke stellen ne Oder kopieren sogar? Wir haben ja keinen Mixer alter Ja wir haben keinen Mixer Ich weiß nicht wieso wir keinen Mixer haben Am besten du rollst sogar nochmal Und Portionierer was machen wir damit? Weißt du drauf scheiße wir brauchen glaube ich noch einen Portionierer Ist das hier den Blaupausentisch Den brauchen wir eigentlich auch Der kostet halt 60 Achso Kombinierer verwechselt lol Der muss dichter gestellt werden Schlimmer Hier unter meine Spüle Hier ist gut Mach das kannst du mir durch Wenn ich den da einstellst Bist du eingesperrt Stell doch einfach heiß nach unten Spüle wieder eins für Ne das ist wichtig dass man ihn so gut sieht Achso ne das ist dumm Ne wir lassen das alles Dann stellen wir ihn nach oben Und gucken beide hin Obwohl ne du bist eher im Arsch als ich ne Den Fully fuckt alter Du musst komplett flawless spielen Naja so passt's Warum ist da oben ein Abfaschtropf mit dem Küchenboden Mist? Ist egal das ist an dem Tisch der nur da steht zum blockieren Ich geh einmal rerollen Einmal rerollen geh ich Ich bin mich saupisst Warte stopp da ist noch was Was ist hier noch drin? Kaufen Kaufen oder? Ja kaufen Oder? Ja klar kaufen Klar kaufen Kostet nur 20 Gekauft Was ist hier noch drin? Ein Weichbecken Willst du das haben? Brauch ich für später eigentlich Aber wir haben Ne muss eigentlich nicht sein Nicht so viel Geld ne? Ne wir haben nicht so viel Geld Seh einfach hin das verfindet dann Jetzt wissen wir auf was hoffen wir eigentlich Auf den Mixer? Guck mal den sollten wir jetzt Den graden wir jetzt entweder ab Oder kaufen Oder kaufen Hier ist noch ne Küchenmatte Egal Wir nehmen den Küchenmatten Wir haben echt viel Geld für Blaupausenkabinette und Küchenmatten ausgegeben ne? Den Mixer den müssen wir upgraden Das ist essenziell Lass mal ein Blaupausenkabinett hier raus tun Und dafür lieber Küchenmatten mitnehmen Wir haben jetzt echt viele Blaupausenkabinette Oder? Wie meinst du? Du willst echt Küchenmatten? Wenn ich mal eine sicheren Kochstein hab Brauche ich Ich brauche 20 Küchenmatten hier Wir haben ja Wir graden ja noch Wir kopieren ja noch ein Blaupausenkabinett Stimmt ja ja Kauf ich auch ja? Ja Kaufs Kaufs Shit So Ich werde jetzt am Anfang helfen Die Pizza zu machen Und dann direkt die Leute abverspannen Du musst irgendwie schaffen Und den Mixer graden wir ab Den Mixer müssen wir ab Das ist das Wichtigste für dich Warum? Weil dann wird da ein Mixer draus Der die Sachen dann direkt nach vorne schiebt Weißt du was ich mein? Da wird quasi nen Der mixt so lange bis der fertig ist Und schiebt's dann nach vorne Und dann kannst du's automatisieren damit Ich will nicht verlieren ne? Ist es okay? Ja Ich benutze das Einweichbecken das stimmt Ist guter Call gewesen Steht hier noch eins? Ne Leider nicht Egal Können wir starten? Ah warte Upgraden und kopieren in einer Runde Ist smart Das stimmt Bei dem Mixer Wir tun den Mixer hier hin Und tun das Ding dahin Und das dahin Und das dahin Ah ne warte mal Ja Na was denn? Jimmer Du willst Upgraden und kopieren gleichzeitig? Ja Sollten wir machen Für den Mixer Mach doch Ja probiere ich gerade die umzustellen sodass es geht Schaffst du Du musst einfach den Forschungstisch einfach nach oben machen Hä? Einen weiter nach oben Einen weiter nach oben Einen weiter Ja so ist richtig Ja Digga haben wir ein Büro und das Büro ist besser als die Küche Ist das ein Büro alter? Ist das ein Also wenn wir es ins Late Game schaffen ist krass Ist das ein scheiß Büro So du musst auf jeden Fall Das ist wichtig Den Mixer upgraden Was wird hier abgegratet? Das darf auf gar keinen Fall abgegratet werden was hier drin ist Was ist das? Ey das ist mein Einweichbecken Das muss ich später vielleicht nochmal kopieren Vollautomatisch Deswegen stelle ich es weg Und seife es hier oben Was habt ihr kopiert? Ne wir brauchen Guck mal die eine Küchenmatte saven wir Und das Einweichbecken kopieren wir noch einmal Für mich So Gut So ich helfe dir jetzt schnibbeln Und du musst dann dafür kopieren Und dann rocken wir die Runde auch noch irgendwie Ok bereit? Ja Go Du hilfst mir schnibbeln Soll ich dir denn zuerst die Sachen bringen? Ja bring mir die Sachen zum schnibbeln Ok Wir müssen die geisteskrank schnell machen Och du Scheiße Oh das nicht Ich bin der Kauf Ja Ich bin der Meinung schon mal den Portionierer Ja 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 Ist das assi, sag ich dir. Ist das so assi. Boah, ist das hardcore. Alter, meine Presse. Ich schaff nichts auf Vorrat hier gerade. Ich kann es vergessen eigentlich. Ich weiß, ich bin jetzt schon komplett überfordert. Oh, ist das ek-haft. Kein Fehler, das war's. Oh, ist das instant. Ah, und die Dinger dürfen ich vergessen. Aber ich mach das. War echt ne gute Technik gerade. Funktioniert. Da spalte ich von oben nach unten ab. Mixer, ich lock. Und ich lauf wieder kopieren. Holy shit, man. Also wenn wir das schaffen, dann nur weil wir zwei wirklich geisteskranke Ficker sind. Ja, ja, das ist heftig. Kein'n anderen Grund. Pass. Hat gerade einen Fehler erlaubt. Oh shit, was jetzt? Boah, das ist für ein Pitzen. Boah, das ist jetzt knapp geworden, Max. Das Upgrade war halt hardcore, ne? Ja, ja. Dreimal drücken da unten, da ist echt Krise. Ohne den Portionierer hätten wir schon verloren, der Auftischer. Ja, ohne den Portionierer hätten wir schon verloren, richtig. Ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, ohne Portionierer wäre es schon komplett vorbei. Okay, da kommen da noch viele. Wollt ihr mich von Pit verarschen? Das ist ein bisschen purkig, aber musste ich machen. Ich bin aus meiner Luft raus. Das ist der hier. Ich sag, Turnschuh ist wirklich knüppelstark. Wo du einfach schneller laufen kannst. Das klingt mir nichts, wenn der Rest langsam ist. Ist denn der Rest langsam? Wow, wow, wow. Wir haben es geschafft, Digga. Wow, wow, wow. Jetzt kein Förderband ist vorbei. Mach ready, bitte. Mach bitte ready. Ich muss wissen, was hier kommt. Mach dreieck, was auch immer die scheiß Taste ist, die du drücken musst. Mix ist die Taste, du Schwanz. Noch ein Portionierer. Noch ein Mixer. Was ist aus deinem Mixer geworden? Wichtig, wichtig. Was ist aus deinem scheiß Mixer geworden? Der heizt der Mixer, nein. Hier ist noch ein Mixer. Können wir uns zwei wieder was anderes upgraden. Kann man hier nur einmal, nee, ist nochmal upgradbar. Lass ihn drin. Ja, das ist halt kopiert, Dingens, ne? Aber ja, das ist scheiße. Ist das schlimm, wenn der beheizt ist? Ja, der beheizt dem Mixer könnte rein theoretisch eine Pizza machen. Der könnte eine Pizza komplett machen, wenn du sie drauflegst. Das ist geil, aber der ist wirklich ultra langsam. Also wirklich richtig langsam. Und wir haben einen Perk, was Alep Vorgänge jetzt 20% langsamer macht. Also der ist für uns komplett nicht spielbar. Drei Kochstellen reichen, wir brauchen nicht noch eine upgraden, ne? Warte, haben wir mir nochmal Dinge kopiert. Einweichbecken, ich brauch das. Mach. Brauch das, ich brauch das. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Haben wir noch kopiert? Was ist das? Blaupausenkabinett. Wieso kopieren wir das immer noch? Weiß ich nicht. Brauchen wir auch nicht. Wir haben nicht genug so viel Geld, oder? Ich würde einmal rollen. Wir kaufen einen Beheizmixer trotzdem, würde ich sagen. Warum? Da kannst du immer deine, das macht trotzdem aus, das macht dir aus deiner Tomate, macht sie einfach eine Suppe, immer. Kannst du immer reinstellen. Aber die ist doch heiß dann. Ist scheißegal. Geht das? 100%ig hast du schonmal gemacht? 1000 pro? 1000 pro. Genauso habe ich meinen Solo-Run gemacht. Dann geh mal weg da. Ich habe ihn jetzt gekauft für dich, mach was damit. Wir müssen für mich irgendwie Förderbänden oder Abtraufbecken. Irgendwas. Einfach Tomate rein. Kannst immer eine Tomate reinlegen. Könnte auch Käse rein, oder ist das dann ein geschmolzener Käse? Aber kannst auch Käse rein. Können wir die kleinen Kackteller hier wegmachen? Ja, rein theoretisch. Und dann stellen wir die Teller... Ja, lieber, also Teller brauchen wir eh nicht. Dann geben wir dir hier lieber noch einen Notfalldresen. Wir können auch Teller und Dings tauschen. Ja, den Notfalldresen brauche ich. Genau. Guter Call, ne? Haben wir noch was kopiert oder geupgradet? Ne. Kochstelle kann ich doch mit zum Upgrade bringen, oder nicht? Ne, weiß ich nicht. Da brauche ich ja gar nicht, ne. Tresen. Ja, wir werden ja drei bei jetzt die Kochstellen, ne. Wir brauchen nur noch... Wir brauchen eigentlich nur noch Förderbänder und den Mixer. Und dann sind wir fertig. Sind wir für dich fertig. Dann bist du vollautomatisiert. Dann müssen wir die Leute nur noch bedienen und abfertigen. Ich habe halt wirklich nur ein Spülbecken und zwei Einwechbecken, ne. Ich habe nicht mal ein Abtropfbrett oder so. Das ist so brutal. Ja, ja. Nicht mal ein Abtropfbrett ist so böse. Ich habe nicht mal eine Bürste oder so. Nicht mal das Viererbecken. Weißt du, es ist ja... Ich habe gar nichts. Egal, so eine Runde schaffe ich noch. Sind nur drei Leute mehr als letzte Runde. Das geht. Boah. Ähm... Warte, lass doch einmal rerollen, hä? Ne. Lass nächste Runde rerollen. Oder wollen wir jetzt rerollen? Wir haben wie viel zu rerollen? Wir haben echt fünf Dinger frei. Ja, dann komm ich gerne mal rerollen. Komm scheiß drauf. Wir brauchen wirklich jetzt mal so ein Förderband. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie man Pizza vollautomatisiert, ne. Da musst du mir so helfen. Ja. Keine Ahnung. Drückst du? Ich habe gerade drüber nachgedacht. Oh! Förderband. Nimm es, bitte. Nimm es und tu es halt den Upgrader. Upgrader und Kopierer hier direkt, ne? Genau, ja, ja. Mach Upgrader und Kopierer direkt. Da musst du als erstes alles... Bartisch, ne. Obwohl, die kommen eh nur in einer Gruppe. Bärst vier Teller auf einmal. Hier ist ein Waschbecken, willst du haben? Hm. Kannst du vier... Ist wie ein Abtropfbrecht. Kannst du lagern. Ja, 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 ist gut. Nimm, nimm, nimm. Kauf es dir. Da oben ist auch noch ein Tablett. Ich werde es nehmen, um hier oben zu lagern, wenn es ganz hart auf Ort kommt. Wenn es knüppeltig kommt, wird es hier oben... Vier Dinger auf einmal. Und das eine, was ist das mit diesem Wasserhahn da, das extra Ding? Hochleistungsspülbecken? Wo? Das ist bei dem Wasserhahn. Das ist Hochleistung, genau. Und das sind Einweichbecken. Okay. Wollen wir? Ja, du musst als erstes alles upgraden und dann kopieren, ne. Das ist deine Reihenfolge. Ja, erst upgraden, okay. Erst... Was haben wir hier drin? Ach stimmt, und der Mixer, haben wir den Mixer schon kontrolliert? Das ist doch, das ist ein ganz normaler Mixer. Das ist ein Beheizer-Mixer, den wir aber upgraden. Alles gut, alles richtig. Okay, gut. Wollen wir starten? Okay, du wirfst mir, du gibst mir den Käse, dann tust du ne Tomate in das rein, dann tust hast du das, das? Okay, perfekt. Ja, let's go. Warte, ich muss kurz gucken, ob alles passt. Ja, let's go. Das war doch krass, oder? Das war echt gut. Mach du, ich hol die Pizza raus. Nee, ich mach dir. Boah, das spart mir echt Zeit, der Mixer. Guter Call von dir. Weiß. Höllen guter Call. Zack. 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 Jetzt muss ich wieder um in die Runde laufen. Lass sie hier rein, lass sie hier rein. Einmal geupcredited. Öfter mach ich jetzt mal nicht. Du scheiße. der kugel das war es glaube ich ich muss alle teller wegräumen muss mich das selber machen das muss mich die leute selber bedienen lassen die sachen die ich habe nichts geupgradet 1 verlieren wir tun ein paar teller ins system ein paar teller ins system turs ohne teller im system verlieren wir jetzt noch die frischen neun von oben ja ja tun wir alle teller system die du hast das game fickt mich einfach so heftig ich hab auch nicht kopiert schon noch einen teller zack 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 baller mich mit tellern zu bitte haben wir noch ich kann nichts kopiert noch gar nichts du scheiße wir sind einmal wir sind immer so kurz vorm verlieren das hast du glaube ich gar nicht die ganze ich atme nicht mehr ich weiß nicht das bringt doch gar nichts nicht sauber an die runde bitte vorbei sein nein nur eine kopierung ich konnte nichts machen ich kann nicht mehr das war wirklich zu viel wirklich zu viel es war wirklich zu viel das ist ja einfach ein albtraum was ist das hier eine kerzenschachtel du hast den greifer nicht kopiert gekriegt ne ne nur eine sache kopiert was ist das welches greifer ist das welcher greifer ist es du hast das blaupausenkabinett kopiert das ist das ist normaler greifer ja ich weiß normaler greifer wird den aber upgraden wird er zum eck oder zum dings greifer ja wir hätten das blaupausenkabinett rausnehmen müssen damit das auf gar keinen fall kopiert wird ne ja nimm das mal raus nimm das mal raus nimm das mal raus hab ich hab ich hab ich warte was ist das abtropfbrett willst du haben abtropfbrett ja das ist das delayt mein tod das delayt mein tod wir haben genug blaupausen scheiß kabinette hier guck mal das was du brauchst transportmixer ey ich raste aus ich raste aus ich raste aus wir müssen rollen jetzt links unten hin ja so ist in ordnung ich kauf dir mal einen transportmixer der ist krass ich glaube du kannst ich glaube der transportmixer transportiert ja ich stelle den einfach mal da oben hin transport du musst noch einen transportmixer nein nein gib mir den gib mir den nicht du lass den weg du lass den weg ich kann ja nicht durchgreifen den hier tue ich den hier tue ich kann ja auch den käse mixen ja ich werde einen transportmixer rerollen du brauchst nur zwei also ich glaube du brauchst eh nicht mehr als zwei und den einen den wir noch haben den kannst du kopieren und ich werde jetzt alles hier raus holen was wir nicht unbedingt brauchen ein transportmixer reicht was ist das noch ein einweichbecken hm ich tu den scheißmixer hier komplett weg ne ja probierte blaupausen werden auch gerollt echt jetzt ja dann werde ich jetzt einmal rerollen was sind drin brauchst du noch ein einweichbecken oder was ist das hier ja ich glaube nicht dass wir mehr als drei einweichbecken brauchen oder aber du hast doch nur zwei ich hab drei aber lass uns mal drin aber je mehr wir draußen haben desto mehr können wir rerollen ich weiß aber ich brauch das vielleicht später jetzt bin ich gierig es ist mir egal Küchenmatte lassen wir drin was ist das hier transportmixer wollen wir nicht upgraden wollen wir nur in den kopieren packen nur kopieren ja kannst du oben da rein genau da passt und den rest reroll ich wir haben nichts im upgrade stuff drin ok der transportiert jetzt dahin wo weißt du was ich mein ich glaube der transportiert jetzt eins weiter vor und nehmen wir an und stopp den darf ich nicht kaufen den mixer boah der kostet 120 meine fresse aber wir haben ja noch ne tu den haben wir noch irgendwo einen transportmixer drin zum kopieren ja haben wir ne nein doch haben wir doch oder geh mal an das broadcast genau gegenüber was ist da drin transportmixer transportmixer krass ok den saven wir und speichern wir und den lassen wir einfach rerollen wir was brauchen wir denn sag mal was wir brauchen förderband smartes smarter greifer direkt kommt nicht dann lass das geschirr upgraden Forschungstisch nein nein lass das geschirr oder doch Forschungstisch auch aber lass auf jeden fall das geschirr upgraden du musst dreimal upgraden jetzt geschirr upgraden für damit wir es platen können geschirr upgraden für smart plater ich weiß echt nicht ob ich noch eine runde überlebt da vorne boah alter kopier doch auch direkt mit kopier doch auch ah ne ne macht keinen sinn macht keinen sinn wir haben schon wieso nicht ja das wieso willst du wir brauchen keine zwei smart plater wenn ein smart plater dauerhaft läuft reicht der für hast du recht brauchen wir hier irgendwas ist hier ein kaffeetisch irgendwo ne doch ich kauf den kaffeetisch können sich da auch vier individuelle Leute hinsetzen an den kaffeetisch ich kauf den kaffeetisch kaffeetisch hilft ein bisschen warten dann warten sie sich draußen ja kaffeetisch hilft ein bisschen ich hab den kaffeetisch gekauft du hast mir nicht zu viele zu viele Talentsysteme bringen ich muss eigentlich selber schaffen weißt du was ich meine ich fand auch eben diesen anderen Mixer gar nicht so schlecht weil noch bringt mir das gar nichts dass er das bringt dann braucht er einfach zwei Plätze ne oder schiebt er das direkt auf den fertigen Teig er schiebt das glaube ich auf den fertigen der würde das auf den fertigen Teig schieben wie ist jetzt aus also du bist ja nicht so du bist ja wirklich nicht so im Stress du hattest genug Zeit 15 Sachen zu kopieren ich konnte nein konnte ich eben nicht ich konnte meinen ich konnte den Greifer nicht aktuell Digga gar nicht er schiebt es nicht auf den Teig man braucht einen Kombinierer aber einen Kombinierer haben wir ja ist das Vierer Waschbecken nicht besser für Romatra ich hab mich auch schon gefragt was ist wenn du das Vierer Waschbecken irgendwie hier hin tust ne ich hab guck mal ich erklär dir was ich mach guck mal ich bediene den hier den hier und dann den hier dann renne ich hoch nehm dem seinen Teller weich ihn hier ein nehm dem seinen Teller spül ihn sofort ab nehm dem seinen Teller weich ihn ein dann nehm ich das ein ich weiß nicht aber was ist wenn du irgendwo ein Vierer ähm äh das Vierer Spülbecken hast das haben wir doch irgendwo oder? ja hier oben und dann? wenn du das irgendwie hier hinstellst und das ich hier dann spüle wie ein Wahnsinniger einfach ja ok doch oder? ja doch dann stell ich aber hier oben meinen genau wenn ich dreckige Teller habe stell ich dir ab und zu liefer ich dir so einen dreckigen Teller rein so einfach ja ok passt dann gib mir am Anfang direkt wieder einen Käse ich schneid den und dann müssen wir es schaffen ich find den hier glaube ich schlechter dann richte ihn nach vorne dann schieb den nirgends hin dann macht er genau dasselbe drehen einmal ich glaube jetzt macht er ganz genau dasselbe ok dann bleiben wir so ok sind wir bereit? ja boah ist das ein Krampf 3 2 1 go 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 6 10 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 Das geht nicht. Fuck, wieso können wir so viel Pech haben, Mann? Ich könnte weinen, das ist schrecklich. Wir haben 14 Runden lang keinen Smartgreifer bekommen. 15. 15 Runden. Du weißt gar nicht, was für einen Impact das schon hat. Ein einziger Greifer, ne? Ich weiß es. Ein einziger Greifer. Das war das Problem. Oh, extra Leben haben wir bekommen. Ja, wir haben 15 geschafft, oder? Das Problem war auch, dass du das Franchise gestattet hast. Also wirklich. Ja, weg mit dem Franchise. Weg mit dem scheiß Franchise. Verfickte Kacke, Alter. Wir machen direkt nochmal, aber ohne Franchise. Ohne Franchise kommen wir viel weiter. Das ist das erste Game, wo ich wirklich heulen könnte. Das ist doch schrecklich. Ja, ich weiß, ich weiß. 15 Runden, kein Smartgreifer. Pute. Braucht Abwechslung. Bei dem was? Ne, doch. Keine Ahnung. Pute. Müsst ihr euch Pute machen oder was Pute machen? Komm. Welcher Grundriss? Ich gebe ihn ein, warte, ich muss den das raussuchen, immer den Code. Der bringt mich an meine Grenzen, ne? Warum Alpin? Stimmt, warum Alpin? Fragen die Leute. Weil es das Einzige ist, wo wir eine gute Map haben. Achso. Ich kann eine andere Map zeigen, die Large ist, die auch nicht schlecht aussieht, aber die ist schon viel, viel schlechter. Das Problem ist, die Leute, wenn jetzt anfangen bei dir reinzuschreiben, oh, benutzt Seed XY, kannst du denen direkt sagen, dass die Seeds sich regelmäßig ändern. Dass die Seeds, die auf diesen ganzen Seed-Seiten sind, einfach nicht aktuell sind. Wie schlecht. Und das absolut schwachsinnig ist, wenn die Leute schreiben, oh, spiel mal Blark, spiel mal Bubi, spiel mal XY. Es geht nicht, es geht nicht. Ihr müsst auf den Discord gehen und schauen, welche Seeds aktuell funktionieren. Es gibt gerade keine Pizza, wie nervig. Ja gut, wir könnten re-loggen. Und deswegen spielen wir Alpine, weil da hat es einen guten Seed für uns. Oder da hat es zumindest eine gescheite Map, weil die Map war geil. Ich will einmal so richtig alles vollautomatisieren, lass Putin nehmen. Kurz Tutorial rein, wieder raus, hast du noch Essen. Was ist Tutorial? Siehst du irgendwo Tutorial? Äh. Da. Wo? Tutorial rein und raus. Ich hätte schon gerne bei Pizza bleiben, oder? Ja doch, lass nochmal Pizza machen. Tutorial rein und wieder raus. Tutorial rein und wieder raus. Okay, und wieder raus. Und wie? Ja, das Spiel abbrechen. Wo? Tutorial verlassen. Tutorial verlassen. Ja. Was ist Pizza? Pizza ist da, ja. Fisch, Burger, Klösser, Salat. Oh, wir haben nicht einmal bekommen, ey. Wir haben nicht einmal den Greifer bekommen. Das ist doch dumm. Und jetzt hatten wir so viele Blaupausenkabinett, jetzt werden uns hundertprozentig wieder Blaupausen fehlen. Ja, ja. Versprochen. Ja, ja, ich weiß. Komm, wir gehen rein. Lass das mitnehmen, lass das mitnehmen. Wir brauchen eigentlich nichts mitnehmen. Die Map wird viel einfacher sein. Weißt du, wie viel schwieriger ist es, ein Franchise zu starten? Wir werden niemals so strugglen ohne Franchise. Sag ich dir jetzt. Ja, hundertprozentig. Trotzdem, ein Hochleistungspielbeck, weil ich brauche doch die Spüle. Ja, okay. Dann nehme ich ein Hochleistungspielbeck mit. Boah, ey. Dann drückt das Annahmetelefon wie ein Weltmeister, ne? Hm. Jetzt wird viel, viel einfacher. Oh, die Mikrowelle. Ich habe die Mikrowelle nicht. Oh, nein. Ja, aber das ist das Spielbecken. Das ist schon mal stark. Extra Leben ist giga-op. Ja, das nehmen wir aber nicht auf so einem Gimmelrun mit, Alter. Das Extra Leben wäre zum Beispiel geil gewesen, jetzt bei dem Franchise zu haben. Sich einschließen. Mach das so. Oder, ne, ist das scheiße. Wirklich einschließen. Ja. So, ich helfe dir am Anfang mit Schnibbeln. Wir haben am Anfang echt Zeit. Los geht's. Wir können gar nicht verlieren. Also, ne, warte kurz. So. Beginne den Tag K. Let's go. Ich glaube mal, das wird so viel entspannter jetzt. Weil es einfach kein Franchise ist. Oh, so wenig Tresen. Ihr habt mir viel mehr Tresen. Sei mal gedrückt. Du hast da oben einen Tresen versteckt. Mir fehlt hier ein Arbeitstresen des Todes. Drück das Telefon. Ich will das Telefon drücken. Ich glaube, es kommt eh nur noch eine Gruppe. Du musst einfach verbrennen. Komm, scheiß drauf. In den Müll damit. Komm. Weg damit, Max. Weg damit. Ohne Maschine. Jetzt einfach mal früh einen Fusch ums Tisch. Ich re-roll einfach. Wir verlieren absolut nichts, wenn wir re-rollen. Alter, was ist das denn? Okay, so ein Hurt. Na, guck mal. Ja, guck mal. Transportband. Das können wir doch schon mal saven. Saven. Ja. Fertig. Das müssen wir halt auf dem Upgrade-Tisch warten. Gib mal den Tresen nach oben, oder brauchst du den, Mensch? Ich brauch den. Ja gut. Nimm ihn. Komm, nimm ihn. Los geht's. Ich will mich einsperren. Ich will mich irgendwie bis einsperren. Okay. Okay. Ich will mich nicht. Kann man auch einen übertriebenen Pech-Run haben, ne ne? Safe, Alter. Drückt das Telefon wie ein Weltmeister. Ich glaube das ist ein übertriebener Pech-Run. Wieso? Wenn wir fast vermohren, weil ich das Telefon zu sehr wie ein Weltmeister gedrückt habe. Ist hier der letzte, komm scheiß drauf, komm weg mit dir. Kochstelle, Geschirr, Öl. Ich weiß mal drauf, wir gehen einfach direkt in die nächste Runde. Oder wir re-rollen. Ne, geht nicht, wir können nicht re-rollen, wir brauchen das Band da oben. Machen wir hier auch zwei Forschungstische? Ja, eigentlich brauchen wir zwei Forschungstische, genau. Ja, dann können wir das Band doch eh nicht halten. Außer wir re-rollen und kriegen einen Blau-Caus, einmal re-rollen, kostet eh nichts. Ob wir jetzt re-rollen oder später ändert ja absolut gar nichts, oder? Kombinierer. Ja, ne komm, wir gehen weiter in die nächste Runde. Wir gehen einfach schnell in die nächste Runde. Einfach schnell in die nächste Runde. Ja, einfach ganz schnell in die nächste Runde. Ist ja quasi wie ein Re-roll dann, ne? Nur einmal. nur einmal auf entspannt noch mal auf entspannt ich brauche keine Füße mehr, ne? ne, ich glaube nicht frech nochmal gedrückt gefällt mir drück da gleich nochmal mach echt, mach echt jetzt, mach jetzt das ist die letzte Gruppe das war stabil, das gibt Coins wir hatten echt das Franchise, in dem Franchise, was wir gespielt haben, dass wir jede Runde eine Extra-Blaupause bekommen der Gruppe, dann probier deine Gäste in der Wendung ein der Maiskulm geht nicht ne, ne, wir müssen nicht, aber was bedeutet das? Zwei maximale Gruppengröße das ist eins also kommen jetzt Vierergruppen zwei bis vier, naja freist halt auf mich, ne? es ist immer wieder Zeit mehr Bock mehr ja ja gut dann müssen wir das Förderband rausnehmen oder wir kaufen es und upgraden das Förderband stimmt du musst es reintun und abkönnen ach so, äh tu mir nicht immer einen Dings weg, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, noch einen Vorschriftisch zu bekommen? ja, aber ich weiß auch nicht, ob das so wahr ist weil ich hab irgendwie das Gefühl, dass es dass das Game drauf scheißt okay wir können Geschirr kaufen rein theoretisch einmal weil jetzt kommen Vierertische und Geschirr müssen wir eh einmal kaufen, früher oder später ja so und let's go let's go let's go ja, 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 die erste Vierergruppe schon das ist ja entspannend die Vierergruppe ist echt, die fressen ja die ganze Pizza zusammen ja, die fressen ja die ganze Pizza zusammen ich glaube vielleicht wirklich so, wir sollten vielleicht auch mal einen Run probieren später wo wir probieren, die kommt schon wieder in der Vierergruppe, willst du mich verarschen? wo wir wirklich auch andere Gerichte probieren was? weil desto eher, desto mehr wir die Debuffs nehmen und weniger die anderen und ein anderes Gericht ist doch auch ein Debuff aber wenn wir später alles automatisiert haben und wir genug Stuff haben, um noch ein weiteres Gericht dazu zu automatisieren dann ist es ja egal, weißt du was ich mein? dann sind wir die krassesten, die es gibt auf dem Planeten das würd ich so gern einmal schaffen, Max ja, eines Tages schaffen wir das drück das Telefon in den Berserker dann musst du, dann machen wir ein paar Pizzen Digga, es sind drei Pizzen fertig, Max ich mein, Bro, die kann ich den so nicht auf den Tisch stellen, Bro okay, Bro oh ah, das ist einmal geschirrt, das ist chillig wir gehen einfach nochmal rein Scheiß drauf wir gehen einfach nochmal rein Greifer, normaler Greifer nochmal direkt rein, zack nochmal direkt rein, zack wir können eh nichts machen, wir können jetzt wieder unser Geld wegrollen dann heulen wir kurz überlegen, wenn wir noch einen Forschungstisch hätten ja, wäre es sogar schlecht, wenn wir jetzt einen Forschungstisch kriegen dann können wir den Greifer nicht upgraden weiterhin richtig dann rein das ist ein Eckreifer geworden das ist ein Eckreifer geworden nochmal upgraden wird der ja besser, oder? dann wird er zu nem D-Mail brauchen drücke das Telefono drücke das Telefono du darfst aber nicht zu gierig das Telefono drücken, Bro wenn die einmal zu lange draußen warten und ich kann die nicht schnell genug bedienen das ist halt Alpin, da frieren die schnell da frieren die schnell ich mein, die sind jetzt gleich abgefälscht aber ich kann das nochmal drücken, aber ich krieg nochmal das Telefon, mach mir dafür ein paar nehm mal den Teller weg sorry, irgendwie stimmt das hier nicht hm weißt du, haben wir sofort Preiswert bekommen? weiß ich nicht, was ist jetzt passiert? was haben wir jetzt gewählt beide? wir haben direkt das Rechte bekommen, warum? haben wir echt das Rechte bekommen? ja, Preiswert warum? ich hasse Preiswert exklusiv ist viel besser aber Preiswert ist vielleicht auch nicht so schlecht das ist nochmal Preiswert die essen schneller ist nicht schlecht für später, sag ich ist nur für Pflanzen Preiswert ist super, wenn wir es automatisiert haben Preiswert ist glaube ich richtig geil, wenn wir es automatisiert kriegen Werbefoto kaufe ich, ja 30 ein Burger ist gut ja ja, 30 ein Burger, ich kaufe ja auch 30 ein Burger 2 vor 3, lass doch 30 machen, ne? 40 ein Burger 40 ein Burger 60 30 ein Burger, Werbefoto ja lass das doch mal raustragen, das sieht doch scheiß aus und der Küche ist nervt mich das soll den Leuten da draußen auf die Nerven gehen ich trage das andere auch noch raus ich mach das geil wir hätten echt den einen God Run mit der Pute, ne? so einen müssen wir wieder den müssen wir wieder produzieren ja, ich brauch nen God Run, bitte wir brauchen nen God Run ok, let's go ich tausche das und das echt? ok und das und das ja ok da kann ich den Teller besser anreichen ich hab 3 schon ok, super 3 nennst du's Smart Greifer Smart Greifer Smart Greifer und und nimm mal Platz da oben weg dann muss ich mal ja ok natürlich wir die Ich hab nochmal das Telefon geballert. Wir sind jetzt schon besser dran, als in dem Franchise dran bei Tag 15. Unterschätzt das nicht, wir brauchen echt viele Blaupausen. Ich weiß, aber du darfst nicht unterschätzen, wie viel Plus-2-Gruppengröße, da kommen wir mit 6er-Gruppen, ne? Ey, dieses Game will uns so derbe ficken. Warum ist das so? 6er-Gruppen? Ja, eigentlich können wir rerollen, eigentlich können wir sagen, scheiß drauf und 6er-Gruppen sind so dumm. Ist das nicht vielleicht krass für das Late-Game? Küchenmatte, Tresen. Ey, dieses, das ist so unbelohnt. Aufgeben, aufgeben, schreiben die. Ich reroll einmal. Blaupausenkabinett wird lecker. Blaupausenkabinett, jetzt wird's lecker. Und dann reroll ich nochmal. Wir haben schon halt 27 Flocken. Ich weiß. Restervertrauen, ich glaub auch, dass es restarten wir. Nein! Das ist unmöglich zum Bedienen 6er-Gruppen. Ich weiß nicht mal, wie du ein 6er-Tisch baust. Guck mal, das ist... 6er-Tisch ist noch schwieriger als eine zusätzliche Zutat. Was? Das ist nicht mein 6er-Tisch. Ich müsste es irgendwie so... Ne. Ich weiß nicht, wie ich den 6er-Tisch bedienen soll. War doch gut so. Ne, ist ein 5er-Tisch. Ne, mach den nochmal längst dran. Ja und dann, wie bediene ich die? Kannst du nicht... Ich muss 6 vorbereitete Pizzen haben, Max. Ich kann nicht. Ich kann eine Pizza auf den Tisch legen und danach muss ich die 5 Stück in extrem schneller Geschwindigkeit nachlegen. An diesen einen Tisch und dann liegen da auch 6... Oh man, alle sagen, lass los. Was ist, wenn wir... Guck mal, so... Ne, es ist Zeit, Max. So und so. Hä? Ne? Jetzt ist es vielleicht auch mal so. Oh man! Ich weiß, ich weiß, Max. Das Spiel macht mich fertig, ich möchte einmal den Run haben. Einmal will ich diesen ultimativen Run haben. Was linge... Wieso kriegen wir 6er-Auswahl? Ich hab jetzt das Spiel verlassen. Kriegen wir wenigstens XP dafür? Achso, ja. Wenn wir aufgeben, kriegen wir XP dafür. Sorry, ich hab's falsch gemacht. Ich war zu sauer. War ein bisschen... Digga, es ist 23 Uhr. Ich könnte heulen. Ihr hattet auch schon voll gute Runs. Ja, das frustrierende ist, dass man die halt nicht immer hat, ne? Wir hatten schon wirklich gute Runs, Max, muss man wirklich dazu sagen. Nein! Da waren wir noch auf der kleinen Map. Hört mich ein. So, komm rein. Okay. Ich wär für Pute. Dann lass Pute machen. Ich bereite alles vor. Joe, Spiel beitreten, kommt nichts. Echt? Ich kann dich jetzt auch einladen, das ist ja nicht mehr auf Privat, ne? Ja, ich kann dich jetzt zum Spiel einladen, das geht jetzt einfach. Seitdem du nicht mehr auf Privat bist. Naja, lass aber noch die XP mitnehmen von dem gespeicherten Run. Ich muss nochmal auswählen. Da sind jetzt Siebeln gekommen. Ist das denn mal unterschiedlich hier? Ne, das... Beginne den Tag, nein, nein, wir können hier aufgeben machen. Einfach aufgeben. Ich werde jetzt ruhig kurz den Alpins-Seed raus für... Pute ist nicht da, wir müssen ein Tutorial rein. Auf geht's. Oder wollen wir Pizza? Ne, komm, wir machen mal Pute. Wir sind immer fech mit Pizza. Ja, lass doch einmal, wir können nicht nochmal fech mit Pizza haben. Ja, also nochmal Pizza nehmen jetzt. Nochmal Pizza. Die Katze fackt gut ab, oder? Das Game hat richtig Bock auf uns heute. Hartes Game, ja. Waschbecken, das hier, Hochleistungsspielbecken. So. Rein, 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 rein. Pute ist einfacher. Ja, aber man muss doch Pizza vollautomatisieren. Man muss es doch schaffen. Das geht auch. Ich fand schon, dass da vierer Gruppen kommen super stressig, muss ich sagen. Und dann sind einfach nochmal plus zwei Gruppengröße. Und dann kamen einfach auf einmal Sechsergruppen. Wir haben noch nie eine Sechsergruppe bedient. Ossi, wieder so, wie du es hattest. Es geht jetzt wenigstens schnell. Danke, dass du mithilfst, ne? Ich weiß noch nicht, wie du es haben willst. Wie eben? Da oben jetzt noch der in die Ecke. Okay. Mir lieb es hier unten einbauen, aber darf ich wahrscheinlich nicht, ne? Okay, let's go. Boah. Boah, ist das ein Bruch, ey. Ich bin echt völlig am Boden zerstört. Ja, oh. Ich weiß nicht, ob das Gute ist, nochmal so gebrochen, nochmal reinzugehen hier. Mach weiter hier. Sorry. Ja, du wirst gleich? Ich möchte euch natürlich in Valheim einfach einen Hafen bauen. Gleich? Ach so, wie gleich? Willst du noch ein paar probieren, oder was? Nein, wir schaffen das jetzt. Weil dann ist gleich erst eher so ein... Drei Stunden, ne? Wir können nicht nochmal so Pech haben, es geht gar nicht. Es ist... Es ist... Drückt das Telefon, wie ein Berserker. Das Telefon wurde Berserker-mäßig gedrückt. Digga, was? Das leuchtet doch. Was ist los? Ja. Zählt das? Ja, ja, zählt. Das Scheiß-Geräusch, ne? Ich will ja direkt für rollen. Ja, ja. Rein theoretisch können wir raus... Können wir aufgeben, rein und nochmal... Also, weißt du was ich meine? Wenn du es wirklich schaffen willst. Dann können wir immer einmal rollen. Uh, Brand. Rein, das klingt halt... Das ist halt geil zum Safen, aber wir brauchen halt nächste Runde zwei Blaupassenkabinette, ne? So müssen wir das eine direkt kaufen. Ah, ja. Let's go. Ich leg dir hin, du schnibbelst. Ja, ja. Oh. Brühe? Ja. Das ist sehr gut. Ich möchte das jetzt auf dem Neuen trocken können. Ich weiß, dass ich es jetzt zu viel gedrückt habe, ne? Das war's. Dann habe ich es absolut gar nicht zu viel gedrückt. Ja. So, jetzt mal ein Forschungstisch. Öl. Öl! Öl! Ja, rein, nächste Runde. Komm, let's go. Boah, Mann, ey. Gib uns doch den Tisch. Wir wollen einfach die ersten zwei Runden in zwei Forschungstische. Dann haben wir alles geschafft. Dann ist einfach gerockt. Dann wird es dann einfach, dass wir sie gucken. Wie geht's mit der Runde? Wir wollen die Runde! Das ist so ganz schön, dass wir beide vierten. Dann wird das da zu Ende. Das ist mir wir heute. Wir können jetzt noch bei Runde nehmen. Wir können deine Runde nehmen, wir können wieder eine Runde nehmen, Warum ist er denn ein Pizzastück, denn nehmen die das doch nicht, oder? Ach, Digga. Ja, vier Gruppen sind ja noch in Ordnung. So, jetzt mal ein Forschungstisch hier. Da ist er! Forschungstisch. Was machen wir jetzt mit dem Forschungstisch? Kaufen wir ihn oder nicht? Ich würde sagen, ja. Ich kaufe ihn, ne? Ja, dann kaufe ich ihn. So, dann können wir jetzt direkt schon mal das upgraden. Ja, und jetzt müssen wir auf den nächsten Forschungstisch auf die nächste Runde. Oder wollen wir Geschirr? Kaufen wir unten Geschirr? Geschirr können wir eigentlich auch kaufen, ja. Für 20 geht klar. So. Gut. Da starten wir, ne? Ja, ja. Ich muss Upgrade. Ding. Kommen wir halt planieren. Heiß Vierer-Chart. Und das geht auch aus der Upgrade wie gerade. Ich weiß nicht, wieso. Wenn wir den Vierer-Tusch kommen, ist direkt die erste Pizza auch weg. Die Vierer-Chart sind zu knapp, mich zu bedienen, ne? Wenn du auch kein Abtropfbrett hast. Ja, ja. Das ist furchtbar. Das ist doch schon vorbei, wenn hier zwei Vierer-Gruppen kommen, oder? Als ob hier noch mehr als acht Leute kommen. Ja. Drückt das Telefon dann. So einmal das Telefon gekriegt, weil jetzt nochmal Vierer-Gruppen kommen. Aber es kann nicht sein, dass nochmal Vierer-Gruppen kommen. Haben wir genug, ja. Krass. Zwei Vierer-Gruppen-Tag vorbei. Oder? Ja, ja. Heftig. Jetzt ist es der Greifer. Danach wird es der Smart oder der Eck-Greifer. Danach wird es auf jeden Fall der Smart-Greifer. Boah, Frechheit, oder? Direkt wieder starten. Oder rollen. Starten oder rollen. Lass erst starten, dann haben wir gleich schon den Smart-Greifer. Ja, ja. Und dann rollen wir. Dann rollen wir. Let's go. Oder wir kriegen jetzt einen Eck-Greifer. Oder wir kriegen jetzt einen Eck-Greifer. und dann haben wir einen Eck-Greifer gewonnen. Wir haben ja einmal den Buchenstisch. Ich will für dich ein Abtropfbrett. Ich will für mich einen Mixer. Wenigstens so Kleinigkeiten. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das haben wir letztes Mal alles nicht bekommen. Wir waren fucking Tag 15 mit dem Franchise. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ja, ne? Nochmal probieren. Was ist jetzt los? Jetzt kommt hier keiner. Der Tag ist vorbei. Was? Ja, ohne Franchise ist es so viel einfacher. Links, links, links. So, jetzt links. Warum? Was ist daran so stark? Exklusiv ist einfach nice. Die warten länger in der Schlange davor. Die ist einfach... Stato kann man hier am besten bekommen, ne? Ja, Stato wäre am besten. Haben wir nicht bekommen. Aber eigentlich noch muss. Stato ist immer... Hä? Frechheit. Können wir uns irgendwie günstig auf... Ja, das ist genauso gut. Oh, stopp. Was ist, wenn wir das jetzt upgraden? Dann wird es doch zum Eck-Greifer. Genau. Müssen wir eigentlich... Also entweder wir können es auch speichern einfach. Wir müssen es nicht rausnehmen. Wie könntest du denn der Ding speichern? Mach ich doch jetzt so. Ja gut, ich muss auch einfach nicht upgraden. Aber ja. Ich sag, wir kaufen Armleuchter und edle Blume. Kostet genauso viel wie eine Statue und gibt uns eins. Ein Ding. Mann, wir haben so viel Platz. Wir haben so viel Möglichkeiten, Max. Ja, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Wir haben so viel Platz und so viel Möglichkeiten. Wir bräuchten nur... noch ein Kabinett. Ich will ja gar nicht 20 Kabinette wie vorher. Weißt du was? Ich meine, ich will vier Kabinette... Das war krank. Das Setup war krass. Mann, ich brauch einfach die richtigen Sachen. Ja, ja. Let's go. Komm. Das ist aber schon ein... gigantischer Vorteil, dass wir mit einer Spüle starten, ne? Ja, ist es. Wirklich. Also für mich. Das mit dem Öl. Ich find die auch geil, die... die schnelle Spüle. Die macht's einfach schnell. Oh, es ist schon Nacht. Oh, nicht, dass die jetzt zu lange warten müssen. Ich war draußen. Oh shit, geht die Piloten schnell runter. Ich hab dir vorbereitet des Todes. Stell, 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 stell. Oh, was? Es wartet ja gerade keiner draußen. Es wartet gerade, ja. Das ist das Nervige. Also zum Bedienen hat man viel Zeit. Nur wenn's draußen nicht... Ich bin hier auch noch einmal durch, oder? Ich hab ja nicht mehr jetzt... Kommt nichts mehr? Glaube nicht. Ich hab keine Pizza. Zum Bedienen hat man viel Zeit. Haben wir genug Pizza? Für drei? Ja, oh mein Gott. Ich dachte grad schon. Ich hab dir zu viel geholfen. Ich hab dir richtig doll geholfen. Oh shit. Hilt, Hilt, Hilt. Diese Teamarbeit... Alter, diese Teamarbeit von diesen zwei ist ja krass. Ja, wir sind gut. Aber es hilft nicht, wenn wir nicht die richtigen Rolls bekommen. Fünfertisch kann ich bauen. Fünfertisch. Den Fünfertisch können wir tanken. Ja, müssen wir. 81 schmeckt langsam. Jetzt brauchen wir mal einen Forschungstisch hier, komm. Tresen. Tresen. Tablett. Das wird heute nie mehr Platz für zwei. Küchenboden. Ich re-roll jetzt. Wir müssen rollen. Das kann nicht sein. Wenigstens ein Blaupausenkabinett. Ja, ja. Wenigstens irgendwas. Wie können wir so Pech haben? Ja. Blaupausenkabinett. Ist in Ordnung. Kaufen. Ja, ja. Kaufen. Kaufen. Ja, und jetzt müssen wir nicht so Runde machen. Und... Und chillen. Ja, let's go. Jetzt gehen wir groß und es wird schwerer. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso wir so viel Gruppengröße bekommen. Gib uns doch irgendwie... Fortschritt wird nicht angezeigt oder so. Weißt du, was ich mein? Ja. Ist doch beschissen. Ist doch beschissen, was in der Fünfergruppe... Kommt da direkt schon eine? Für eine Fünfergruppe reicht nicht mal eine Pizza. Ist doch echt eine Fünfergruppe, Digga? Ja, ist in eine Fünfergruppe gekommen. Ja, warte kurz, warte kurz, bis ich hier wieder fertig bin, oder? Ja, ja, klar, klar. Also, dass wir zum Start zwei Pizzen haben müssen, ist ja wirklich das Dümmste, was ich je gehört habe. Und die platziere ich da. Jetzt ist das waschen wirklich sowas mal witzig, ne? Darfst du mir nicht zu viel Platz wegnehmen, ne? Jetzt glaube ich zum Beispiel... Keine Ahnung, wo ich jetzt die sauberen Teller hinlegen soll. Echt jetzt? Das war ne Shit. Ja stimmt, hinter dich musst du dich echt nur hinlegen, ne? So gierig das Telefon gedrückt, ne? Oh, hä? Oh, ich hab den... Das ist ne Vierergruppe. Da hätten wir fast verloren, ne? Wieder alles vollgestellt, ne? Ich hab kein... kein Platz für den Teller. Ich muss jetzt hier hinrennen, dann muss ich hier wieder hochrennen. Oh, ja. Fünfergruppe, schieß sie zu. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Ich krieg die nicht abgeräumt. Du musst mir helfen. Komm mir jetzt sofort helfen, komm mir jetzt sofort helfen. Einfach, einfach das nehmen und irgendwie wegstellen. Irgendwo hinstellen. Du musst holen Platz, Hilfe. Hier steht's rein. Zu rein. Zu rein in die Büsche. Vorbei, wir haben verloren. Warum? Nein. Bedienen sie? Zack. Er ist nicht schnell genug. Und... wir nehmen das... Oh mein Gott. Digga, ist das Hardcore. Aber wir haben auch keinen Kaffeetisch und sowas, ne? Ne, haben wir nicht, haben wir nicht. Digga, war das krass. Digga, was ist das? Wollen wir noch einen Esstisch? Blaupausenkabinett. Ne, verbastet, verbastet. Wir haben nicht mal den Upgrade-Tisch. Ich bin so derbe Piss. Wir haben zwei, ich kaufe Blaupausenkabinett. Wir haben zwei, ich kaufe Blaupausenkabinett. Ja, stopp. Ich kaufe das, hundertprozentig. Ja, tu's rein. Blaupausenkabinett. Kann nur Upgrade, bringt doch nichts. Ja, den Ofen kannst du Upgraden. Den Ofen kannst du Upgraden. Warum, warum, was soll das bringen? Mikrowelle, Mikrowelle. Ja, nicht drehen, nicht drehen. Nächste Runde erst wieder. Dann haben wir wieder fünf Sachen. Boy. Ich kann den so nicht bedienen, den Tisch. Ein größerer Tisch benötigt. Machen Fünfer und einer. Ja, so ist gut. Fünf und... So ist besser, sagen sie, dass wir unten den Dreier haben. Ja. Okay. Ich bin's scheiße, dass wir gerade so gefickt werden von dem Game. Ja, das Game fickt uns einfach. Wir spielen hier unser Leben, aber das Game fickt uns. Ich bin extrem beschissen. Das ist scheiße. Ich weiß auch nicht, wieso wir... Ja, mach go. Bereit? Ja, ich upgrade erst. Das ist ne Mikrowelle bekommen. Und wenn die Gruppengröße einzeln ist, weißt du was ich mein? Ja. Dann kommen einfach fünf einzelne Leute. Und wenn fünf Fünfergruppen kommen, haben wir einfach verloren. Was ist das denn für ne Scheiße? Oder hab ich das falsch verstanden? Ich glaub so ist es. Ich glaub so ist es. Ja, kannst auch für ein Pizza zu machen, sonst ist dir gleich wieder alles vollgestellt. Pizza darf jetzt so viel machen wie ich will, nur nicht auf Teller tun. Ja. Wo kommen die Leute? Ich weiß es nicht. Ich hab jetzt geklingelt. Ne, ich klingel nicht. Ich klingel nicht. Ich klingel nicht. Doch, einmal klingelst du. Nicht jetzt, nicht jetzt. Nicht wenn keiner da ist, sonst kommen die gleich in 20er Schüben. Jetzt hab ich einmal geklingelt. Jetzt hab ich wahrscheinlich die Armada der Fünfergruppen gerufen. Drei Fünfergruppen ruft er. Jetzt kommen wir drei Fünfergruppen auf einmal. Ich klingel nochmal. Ich bin aber gierig. Ne, ist ja vorbei. Guck mal. Das war gut geklingelt. Das war gut geklingelt. Das war gut geklingelt. Wesen. Komm schon, bitte. Bitte man. Mann. Wir müssen rollen. Wir müssen rollen. Wir sind pissed. Stopp. Meine Mikrowelle kaufe ich noch, oder? Ja. Ja, kauf die Mikrowelle. Tu sie kaufen. Wie viel kosten die? Dann lass ich sie erst mal noch hier drin. Vielleicht, vielleicht noch was stärkeres. Hm. Aber? Ein Band nochmal. Ja, und der Portionierer ist auch nicht schlecht. Ist nicht bad. Ist nicht bad. So können wir überleben. Und weißt du was? Ich werde mir den... Ich werde mir den einen Greifer kaufen. Den einen Smart Greifer. Oh, warum? Weil wir den anderen eh jetzt upgraden wieder zum Smart Greifer. Aber was, wenn wir jetzt direkt einen Forschungstisch kriegen? Dann müssen wir den aber auch erst mal upgraden zu einem... ...Kopierer und dann... Weißt du was ich meine? Also einen Smart Greifer gönne ich mir jetzt zum... Mach das, mach das. Ich muss nur kurz überlegen, wie ich es am schlauesten mache. Wahrscheinlich ist es am schlauesten, wenn ich einfach dreckiges Geschirr abtransportiere. Dreckiges Geschirr ab... Echt jetzt? Echt? Ja, das ist es. Also ich finde immer vom Spülbecken... Vom Spülbecken... Guck mal, das transportiert von dem Fünfertisch ab. Ich waschst du es rein, waschst du es rein, waschst du es rein, waschst du es rein. Aber da musst du vom Dreier unten den Becken vom Dreier nach ganz oben tragen, ne? Ja... Ja... Was, wenn du mich mehr einbindest? Da passt eh nur eins. Und das Spielbecken hier irgendwo hinpackst, dass ich die dreckigen Dinger einfach wasche und dass sie vom Smart Dings rausgenommen werden? Weißt du? Du meinst, ich tu die dreckigen einfach bei dir rein und du wäschst sie, aber dann musst du sie auch direkt waschen. Ja... Ah ja, stimmt, das könnte auch schwierig werden, ne? Ne, dann lass das. Ne, was wir machen können ist... Wirklich mit Waschen arbeiten. Ne, das ist... Ne, ich muss das oben hinstellen. Ich tu das hier oben hin... Ja... Und wasch, tu rein, wasch, tu rein, wasch, tu rein, weißt du was ich meine? Und dann ist hier oben immer... Zack. Komm ich aber nicht an die Teller ran, passt aber, ne? Ja... Kann ich irgendwie den hier noch hier hinstellen? Ja, eine ist gut. Ne, wir brauchen einen 3er Tisch. Muss ein 3er sein, shit. Ich kann mir aber... Das kann ich mir noch. Aber warte... Da... Ja, hier oben ist einer umsonst. Ja, hier oben ist einer umsonst. Willst du eine Mikrowelle kaufen? Wer upgraded? Äh... Ich. Du? Ne, ich. Ich. Du, echt du. Boah. Du hättest einfach gestartet. Du wärst nicht rausgekommen. Mikrowelle. Du könntest eine Mikrowelle kaufen. Ich halt... So. Ja, wollen wir? Ja. Okay. Boah, ist das langsam. Und nervig. Rein theoretisch kannst du dir die Mikrowelle gleich kaufen. Ja, nach der Runde sowieso. Ist der 5er Tisch, ne? Da muss ich aber ganz schnell jetzt direkt die nächste Pizza machen. Guck mal, das reicht nicht, Mann, ne? Oh, warte. Ja, das ist schon... Guck mal. Siehst du das? Ist besser, ne? Ja. Zu viel Teller im System. Aha! Was denn? Schillig. Guck mal. Noch ein 5er? Ne, ein 4er. Digga, ich hab... Was ist das? Oder ist das ein 4er? Das ist ein 4er, ja. Einen Tisch schon frei. Kannst du oben Teller rausnehmen? Oh, da muss ich laufen jetzt. Nein, nein, nein. Achso, ja, ne, ne, mach nicht, mach nicht, mach nicht, mach nicht. Warum? Machst ne Umweg. Oder halt dafür sorgen, dass die dann benutzt werden. Ach nee, da kommst du nicht ran, das müssen wir gleich umstellen. Ja. Nochmal 4er, Digga, was geht ab bei denen? 1, 2, 3. Oh. Obwohl. Kann sogar nochmal klingeln, glaub ich, ist die letzte Gruppe. Klingeln, oder? Oh. Vielleicht auch nicht die letzte Gruppe. Was? Doch, muss. Ist die letzte, ne? Ist die letzte. Ich fiel einen Smart-Greifer. Das Leben vereinfacht ist krank, ne? Ja, ne? Guck mal, da sind zu viele drin. Wir müssen jetzt... Wir brauchen jetzt den Smart-Plater schnell, und dann brauchen wir nochmal einen Greifer. Mehr gestertag ist Mitte ja, scheiß drauf. 126, let's go! Kannst du deinen Ofen-Eins nach oben stellen? Überleg ich gleich mal. Forschungstisch, bitte! Komlinier mal. Ich speicher den mal, oder? Ja, speicher ihn. Wollen wir rollen? Also wir schaffen es auf jeden Fall noch ein paar Tage. Hey, jetzt kommen wir hier an den Forschungstisch ran. Tu dich mal woanders hin, bitte. Den Forschungstisch. Ich muss, wer sonst nicht rauskommt. Ja, ja, passt, passt, passt. Dresen-Ess-Tisch. Ja, wollen wir eine Mikrowelle? Oder rollen? 1, 2, 3, 4... Ne, nicht rollen, ne? Mikrowelle kaufen. Wenn wir deswegen sterben, kotzen wir. Ja, kauf die Mikrowelle, mach. Mikrowelle smart. Äh, wir wollen den zweiten Forschungstisch, damit wir kopieren können. Wir müssen den Forschungstisch einmal upgraden und dann zum Kopierer machen. Und dann können wir jede Blaupause, die wir wollen, einfach die ganze Zeit kopieren. Das ist echt gut. Okay, wollen wir? Mhm. Das ist, finde ich, gerade schon noch ein guter Setup, was wir hier haben. Dann gehe ich erstmal... Es sieht jetzt schon viel besser aus als vorher, ne? Es ist so krank, was... Bereit? Ja. Kannst du direkt dann hinterher die Tomate mitmachen? Jöp, stabil. 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 Portionierer auch chillig. Jaja, ist er. Das, was der Portionierer macht, habe ich dir quasi die ganze Zeit als Arbeit abgenommen. Kannst du oben den Parteller runternehmen? Sollen die wir nutzen? Nein. Wtf? Das ist alles gut. Ich muss bei der Pizza machen. Tingle. Ne, obwohl... Ne, ich klingel nicht. Oder? Safe, Digga. Wir waren noch nie so weit jetzt gerade. Wir sind echt deutlich besser. Das stimmt, das stimmt. Wir haben Mikrowelle plus den Plater. Ich glaube, da kommen ein paar Fünfergruppen. Ich habe Scheiße gebaut. Fuck. Ist das auch eine Dreiergruppe? Ja, es ist ne. Ja, was hat der gemacht? Oh, ist das noch richtiges Geschirr? Muss, 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 muss. Ich musste die reinlassen. Das wären die ja vorn. Ich glaube, es war derbe gierig zu sagen, mehr Gäste zur Tagesmitte und dann... Und dann zu drücken noch dazu. Ja, dann zu drücken. Ich habe gesagt, ich soll nicht drücken. Vielleicht haben wir verloren. Das ist ne Fünfergruppe. Wir müssen... Wir haben verloren. Oder soll ich escapen? Wir haben verloren. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Ich habe alte Viert. So drücken wir einfach zu gierig. Das wird dumm. Wir haben die Einstellung vergessen. Los. Ich habe alte Viert. Ich habe alte Viert. Muss ich auch was machen? Muss ich auch alte Viert? Nee, nee, nee. Ich glaube doch. Er hat eine Sekunde vorher verkackt haben. Neu gestartet. Jetzt können wir in der Runde, in der wir eben waren, nochmal rein. Und das mache ich auch einfach. Ist mir scheißegal. Das machen wir auch. Weil uns geht es hier nicht um... Dass wir eine Runde so gut spielen, wie es geht. Sondern es geht uns darum... Dass wir einmal die komplette Küche vollautomatisieren. Kannst reinkommen oder ich lade dich ein. Warte. Lade dich ein, ja. Geht nicht, du bist nicht... Ich kann dich nicht einladen. Wieso nicht? Geht nicht. Kannst du mit joinen einfach? Probier mal zu joinen. In Lobby einladen. Geht. Das war so gierig zu drücken. Im Tagesmitte zu drücken war so gierig, ne? Muss gedrückt halten. Komm, färben sie sich ein. Oh nein, du hast dich ver... Obwohl, ne hast du nicht. Aber du bist echt gut geworden da drin, ne? Ja, ne, ich bin echt schnell im Fertigmachen. Hacker. Ey, das... Ich lade mir bald kurz runter. So, jetzt nicht Telefon drücken. Unter Tagesmitte kommen halt viele. Merken. Okay. Okay. Let's go. Klar. Willst du alles wie vorher? Ja. Bis zum nächsten Mal. Fein Sich. Wir können jetzt die Unternehmung reinigen. an dem 5er tisch alleine sitzt ja dann jetzt chillen es kommt gleich tages mit jetzt kommt es wieder gedrückt wieder gedrückt ja 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 jetzt kommen sie alle ich fange schon mal an hier zu platzieren oder jetzt ziehst du es ja ja wir nichts gedrückt und die kommen genauso ich hab dich noch hier unendlich viele pizza ich glaube das ist gar nicht schaffbar ich glaube ich habe wieder verloren ich weiß nicht wie ich diese abräumen soll dass die andere Gruppe rein kann also die 5er Gruppen sind wirklich ekelhaft weil die Pizza ist 4 und wir brauchen 5 das ist dumm wir müssen jetzt abverspannen bevor das ist so dämlich wieso warum warum kriegen wir warum kriegen wir die Gruppen warum kriegen wir warum kriegen wir das ist die letzte ne ist die letzte ist das krank wenn jetzt kommen wir in der Deko Runde ich könnte ich bin rein ja was haben wir hier drin Eckband scheiße edle Blume Dekoration wenn wir das sonst mal nehmen vielleicht bringt sie das irgendwie voran ja lass nochmal 3 Sterne holen irgendwie vielleicht bringt sie uns irgendwie voran so ein Kronleuchter in die Decke klatschen klassische Weltkugel keine Statue wieder ja kauf sie ups was mach ich hier ey ich krieg die Statue oh Gott das war mir meine Statue ich hab die Dingens gekauft ne die klassische Weltkugel soll ich noch ne edle Blume lass einfach auf 9 kommen lass einfach echt auf 9 kommen bringt auch nichts was ist denn das letzte nochmal Schlangenfände das Trinken der Tischgeduld bringt uns gar nichts dann willst die Leute schneller reinholen ne bisschen schneller Schlöcher reinholen ja ja das hilft ja nichts wir müssen genauso weiterspielen wir müssen genauso weiterspielen wir kriegen mehr Geld jetzt ich dachte bitte ich hätte dir helfen können sorry oh oh jetzt ist aber auch Konzentration rein jetzt auch die Kurze-Razion weg jetzt auch die Kurze-Razion weg hast du den da hingestellt ne ich hab den da hingestellt hm dass diese Dresen da steht ist auch nochmal eine weitere bodenlose unverschämtheit dieser Runde welcher Dresen der hier direkt vor mir siehst du ihn ja ja oh Gott soll ich das eben verlieren wir können deswegen wir können wegen allem verlieren wir können auch verlieren weil es einfach ne scheiß Runde ist und das Game so keinen Spaß macht ich will wir machen gleich wieder Pute auf romantisch alter haha wir haben Glück dass die das da hinstellen zum abräumen ne ich hab mir vor die hätten das da oben hingestellt da war vorbei gewesen Mist kannst du den Teller nehmen? ja sehr gut ich hab das nicht abgeräumt da kommt noch ne Fünfer Gruppe ich hab das nicht abgeräumt ne das ist beschissen Max das ist wirklich ich glaub heute ist einfach nicht der Tag das ist so ne Fünfer Gruppe sind unmöglich und dann hat mich diese Dreser auch noch gebrochen haben wir genug für Fünfer Gruppe? gehts gerade nicht oder? gehts 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 haben wir genug? wir haben nicht genug ne? Halt's Maul in die Teller weg 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 sind ja Fünfer Gruppen da das reicht jetzt boah Fünfer Gruppen ist so krass ey alle rasten aus wie knapp das war ja du hast es nicht gesehen du hast nicht gesehen wie knapp das war die Leute du hast nicht die Zeit legen unten auf dieses Ding zu gucken aber wenn ich abräumen bin ich die ganze Zeit am schauen wie die Leute da unten stressen bitte Game gönn jetzt bitte Spülbecken Esstisch Behälter das ist los war das ein Smart Greifer? ja hier ist ein Smart Greifer drin ja aber wir müssen den halt kopieren jetzt mal erstmal kommt das Ding hier wieder hin Spirol wir haben eh genug Geld Oh Forschungsschreibtisch vielleicht können wir es noch vielleicht können wir es noch rocken potenzielle Rockung Grading up den Forschungsschreibtisch upgraden und dann dann kurz hier und dann da geht's ist ein Upgrader ist Upgrader dann ja ja perfekt ich mach aber trotzdem Abspülbürste? ja 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 komm gib sie mir gib sie mir einfach in die Hand nehmen das Ding ja ja hier kannst du dich auf den Rückweg cool wenn du vom Forschungstisch kommst wir brauchen einen weiteren 5er Tisch ja das ist das Problem ja nenn wenn wir Tische hätten aber haben wir nicht soll ich noch einmal rollen für Tische? ich glaube wenigstens ein 4er Tisch ich roll noch einmal scheiß drauf wir verloren Küchenmatte was ist das da oben? weiß ich nicht soll ich schauen? soll ich da auf Tische? Anzeigenstände Anzeigenstände hm scheiße willst du eine Küchenmatte? ne so let's go dann speichern wir die Küchenmatte und tun das hier weg das das der Kombinierer dann kauf ihn ja den brauchst du später die Küchenmatte willst du speichern? Bro, sobald wir anfangen deinen Scheiß zu automatisieren ist eh Küchenmatten egal weil dann wirst du dich nicht mehr in die Nähe von der Pizza begeben weißt du was ich meine? das ist richtig aber dazwischen ist critical mit drei Dingern ja das wird heftig ok jetzt müssen wir es schaffen ne? mhm boah hebsch ist ok komm wir packen das glaub auch so let's go du hast deine Bürste jetzt, es ist gut ja ah chillig guck mal guck mal wer uns da besuchen kommt Max vor allem mehr Gäste zur Tagesmitte dann kommt morgens erstmal direkt ne Fünfergruppe jetzt haben wir grad gut was auf Tasche bauern du zuerst alle Teller von da unten sind da nicht zu viel im System? ja ist dumm mach ich immer wieder den Fehler ich hab ne Fünfergruppe dann hau ich mal die Mikrowelle an das ist so schwachsinnig ne? ich weiß gar nicht wieso wir das nicht geresettet haben direkt das ist so dumm so dumm so dumm wenigstens gibt es gut XP boah wie viele Leute da reinkommen ich hab' ich noch nie gesehen ja ja naja absolut schwachsinnig und nochmal ne Fünfergruppe guck mal wie da dumm obenrum sitzt der kleine Wichser oh du kommst an die an dein an dein Limit ne ich dachte das wäre für mich der Hilfe war auch gut ich hab echt geisteskrank also ich hab nur die Teller die ganze Zeit aufgetischt wie viele Leute sollen da noch kommen bitte? es nervt und es reicht haben wir verloren glaube ich oder? krieg ich das schnell genug sauber gemacht? dass der Plätze da kommt noch einer ja das war's ich glaube nicht dass wir die schnell genug abgefascht bekommen kriegen außer das ist ein 3er Tisch ne ist ein 5er Tisch vorbei wir haben auch keine Pizza mehr ne? haben wir es geschafft? oh mein Gott ja oh mein Gott ja was sind jetzt 3er? wir haben 3 Pizzen der reicht? ja ich hab auch keine Pizza mehr ich hab auch keinen Platz das verstehe ich nicht das ist auch einfach nein es ist ein 4er nein was? er ist vorbei nein nein das ist nicht das Problem aber wenn sie drin sind sind die ja übertrieben am chillen ja wenn die drin sind sind die übertrieben am chillen das ist knapp der ganze Chat rastet aus das ist das Game ey also eigentlich haben wir verloren 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 und wenn das kein Kopiertisch ist dann ist es eh vorbei warum möchtest du uns das Game heute so ficken? was ist los heute Digga? ich weiß nicht heute ist ein Sch... vielleicht liegt es an der Map? aber wieso sollte es... haha es ist die Map es ist die Map es ist jedes Mal jetzt gekommen wir haben verloren mit Zwiebelstück haben wir verloren und mit Gruppengröße haben wir auch verloren was ist das für eine Scheiße? haben wir Pech? kann mal einer von den 12.000 Zuschauern vielleicht einmal ins Playtop-Wiki schauen? das liegt doch hundertprozentig an der Scheiß-Map ich spiele gerade mit selbes Seed hab so einen guten Run das ist leider euer Run warte mal was ist mit den Zwiebelstücken ist es dann auf jeder Pizza oder fügt Zwiebelstücke als Pizzabelag hinzu? als Pizzabelag hinzu dabei ist dann alles Zwiebelpizza? ja natürlich oder haben wir Margarita und Zwiebeln? du hast Margarita und Zwiebel das heißt du musst eine Zwiebel und eine Margarita machen verloren wir können keine sieben... also es ist einfach nicht möglich siebener Tische zu bedienen das geht nicht was ist denn mit dem Spielen los? was für ein schlechtes Gamedesign das geht nicht wir können nicht nochmal... also was ist denn der Zwiebeln? das ist eine Margarita es ist vorbei es ist vorbei es ist Loslasszeit es ist wieder Loslasszeit wir müssen links nehmen der chillige siebener Tisch der kommt wir haben nichts automatisiert und dann kommt der siebener Tisch wir haben nicht mal Platz für sieben Pizzen ne wir haben auch keinen Platz für siebener Tisch tatsächlich hier ist ein sechster Tisch was ist das hier? auch Blaupausending ist auch einfach falsch das ein siebener Tisch können wir bauen ein siebener Tisch können wir bauen und bedienen Max Blaupausending ist auch falsch was haben wir bekommen? Blaupause ja ist falsch oder wenn wir das Blaupausending und den Smartgreifer können wir es dann überhaupt schaffen? ne wir können es nicht schaffen es ist unmöglich ich komme nicht auf dieses Drecksgame ich komme nicht drauf klar Digga aufgeben oder? wir können es nicht schaffen wir können nicht einen einzigen siebener Tisch bedienen obwohl weißt du was wir probieren es weißt du was wir probieren es wir bedienen jetzt diesen einen einzigen Tisch ok? und? wie viel Teller passt in dein Becken? einer das schaffen wir nicht aber ich kann ihn instant sauber machen mit der Würste komm wir machen es wir werden es kommen so los gehts Digga ne ne ich sehe es nicht ein wie viel Digga wir spielen seit 3 Stunden und haben nur Pech seit 3 Stunden fickt uns das Game das ist doch scheiße man ich will einmal die Küche vollautomatisieren wir kriegen nichts ja ja wir müssen nochmal rerollen ja stimmt wir können nochmal rerollen aber auf was rerollen wir jetzt? was hilft uns denn? was rettet uns denn? lass das da oben hol das mal runter Mehl Mehl was ist jetzt? du holst doch mal da runter jetzt warum hast du es da oben liegen lassen ich reroll jetzt eh runter Feuerlöscher Öl Käse Käse und Öl ja kauf mal das ab drauf brett kauf das mal falls falls es noch weiter geht aber wir können gar nicht mehr rerollen wir haben nicht genug Geld so? machst du es so? ja so so mag ich es Max so mag ich es es liegt an der Map das ist eine 4 Leute Map auch für 4 Leute ist das absoluter Bullshit das liegt an der Map oh es gibt eine Einstellung wo man ausschalten kann das Seed Spiel und Karten beeinflusst das schreiben die uns jetzt ne? das Spiel? mach go einfach der Tisch darf da nicht hin wieso nicht? natürlich geht los komm und go du hast keinen Mixer ne? wir haben keinen Mixer bekommen das hat dann aber auch nichts selbst wenn wir diese Gruppengrößen haben ist es ja vielleicht sogar schaffbar wenn man nen Mixer bekommt oder nen Paar eins guck mal wie setzen die sich hin guck mal die gehen zu am Essen und setzen sich so hin wollte ich mich verarschen vollidioten ja vollidioten ja was gut ist ich kann echt schon anfangen die Sachen da drauf zu legen weil es eh over ist zur Mittagszeit kommt gleich 2 7er Gruppen da weißt du erst eins hab ich jetzt immer in der Hand einfach guck mal die warten jetzt und kommen die gleich mit 20 Mann hier an guck mal da kommt die erste kleine Hohensöhne was wollt ihr? hm habt ihr Bock auf Pizza? hm haben wir genug? ich muss sie einzeln teilen ne so 1 2 3 4 5 5 5 15 10 6 7 5 5 6 5 1 6 heute nur zu fünft unterwegs bis zum nächsten Mal wir kommen auch nicht mal hinterher weiß so ein dummes drecks game alter ist das ein drecks game alter das ist doch krass oder da haben die doch mega schwierigkeiten wie sind die bewertungen dass das so krass rng ist wo stelle ich aus welche mega die scheiß bewertung oder die einstellungen sind das escape optionen spiel escape optionen spiel informationen okay wir haben jetzt ich habe es eine einstellung ich habe eine einstellung gemacht dass sich das zieht der sieht sich nur auf das layout auswirkt jetzt sollten wir es schaffen wir machen jetzt noch einmal gar nicht mehr wenn pute ja dann machen wir noch gut auf der kommen obwohl wir wollen die pizza schaffen dann pizza ich will auch pizza schaffen müssen wir noch mal kurz in den ich habe ich glaube der sieht den ich eigentlich drei stunden von dem game gefickt es ist einfach so wir müssen die pizza schaffen ich glaube die pizza ist übergeil wenn wir es hinkriegen also das sinnvollste und beste wäre wenn wir einfach immer wieder immer wieder neu starten bis wir früh zwei forschungstische bekommen wollt ihr das sehen wie wir fünf stunden lang bis runde 6 neu starten weil das game einfach nur von rng kontrolliert wird ist doch einfach nur dumm ich meine so ein bisschen ein g ist ja ganz witzig dann freut man sich und so aber wenn es halt zu beschissen ist oder dass man sich irgendwie einstellungen optionen wir können langsam nicht mehr den ganzen scheiß sie blüht sich nur auf das layout aus eine mikrowelle ist natürlich stark und dann brauchst du noch ein waschbecken mitnehmen hier so 1 auf einmal echt das ist nicht mal so schlecht kommen die beides mit kommen scheiß drauf wir verbrauchen wir ballern jetzt ja alles was wir haben reinrunden bereit ja zwei forschungstische direkt mitnehmen könnten oder einen forschungstisch damit wir den anderen direkt upgraden können 5 ja 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 Wenigstens sind wir richtig schnell geworden im Umbauen von der Scheiße. Da muss alles ein, zwei nach vorne oder? Ne, du hast ja eigentlich noch was. Ja, ich hab da noch meine Sachen. Okay, let's go. Ich geb dir die Sachen zuerst, ne, go. Ja. Boah, Alter, bin ich gebrochen. Das kann nicht sein. Also dass wir eben sieben Gruppen kriegen und acht Jahre lang keinen Forschungstisch. Oh Junge, wie lang wäscht der denn? Na gut, da soll ich auch hier auf einmal wahrscheinlich nicht reinlegen, ne. Spam das Telefon. Oh. Letzte Gruppe. Bordungstisch speichern. Nächste Runde schnell. Komm, let's go. Alter, let's go. Geschirr noch mitnehmen? Können wir kaufen, aber dann können wir vielleicht nicht so... Doch, oder? Ja, doch. Na um Scheiß drauf. Geschirr gekauft. Schlau schaut's aus hier unten. Wenn es wirklich nur in der Designstellung sei, dann fick ich mich selbst, Alter. Wieso ist das so? Wieso? Los, weiter. Und jetzt warten wir so lange bis wir einen zweiten Forschungstisch kriegen. Oder wir können es schon wieder vergessen eigentlich. Das war krank, so wie Insta 2 Pizzen, hä? Ich brauche jetzt noch ein paar gute Rolls, um mich zu entbrechen. Ja. Ich brauche jetzt direkt noch einen Forschungstisch und dann geht's los. Danach kann es eigentlich schon fast nicht mehr scheiße werden. Was? Leckt das ein bisschen? Haben die Serverprobleme oder irgendwas? Ich habe einen übertriebenen Input-Delay heute. Das war der Tag schon wieder, hä? Die ersten Tage sind doch immer so einfach. Und ab Tag 8 oder so wirst du dann dauerhaft nur noch gefickt. Mixer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Mach das. So kurz AFK bis gleich. Warte kurz, baust du schon mal um so lange? Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Der Mixer wäre halt auch noch geil. Als ob es echt nur da an dieser einen Einstellung lag. Als ob es nur in dieser einen Gott verfickten Einstellung lag. Das kann und werde ich nicht glauben. Du bist mit seinem Glan. Also, wenn du meinst. Ich bin damit. Ich bin damit. Was? Ich bin damit. Ich bin damit. So, also. Oh, das sieht ja fantastisch aus. Was? Das ist ein Mixer. Ja, aber den können wir weder saven noch, aber wir kriegen nochmal einen Mixer. Trust. Trust. Ja, direkt beginnen einfach. Komm, let's go. Ich habe mich oben hin upgraded, den Forschungstisch. Und wenn wir Glück haben, kommt da direkt ein Gruppierer oder ein Blaupausenkabinett raus. Blaupausenkabinett ist eigentlich stärker, wenn wir drauf achten. Go. Nimm die Pizza aber selber raus. Oh, ich warte doch hier auf dich. Ja, oder so. Ist besser, finde ich irgendwie. Hätte ich die Teller auch schon hinlegen können. Ich habe da gewartet, um ein zweites zu knibbeln. Wissen wir schon, was es geworden ist? Na, Blaupausenkabinett. Scheiße, Alter. Oh, hier bist du die Pizza am Ballern. Ja, ringe das Telefon. Ja, ich muss das nicht sehen, ob ich mehr ringe das. Eins, zwei. Geht nicht. Geht nicht. Es hat sich ausgerinkt, Bro. Wir werden es schaffen. Das ist der Run. Ja. Ich habe echt Schiss, einen Fehler zu machen. Ich habe echt so wenig gepennt gestern Nacht. Ich bin heute von München wieder geflogen. Ja. Hatte dann einen Zwei-Stunden-Call für die Organisation für das Fasten-Ding. Dann Podcast-Aufnahme. Physisch, wo ich im Auto hingefahren bin und zurück. Und dann hatte ich noch ein Geschäftsmedieger und dann habe ich direkt in den Stream geballert. Jetzt lässt das Koffe ihn gerade nach. Achso, du bist gerade richtig am Arsch, oder was? Ich bin richtig am Arsch gerade. Aber ich will es unbedingt automatisch sehen. Ich gehe sonst so unzufrieden ins Bett. Käse. Spülbecken. Esstisch hatten uns immer gekostet. Lass einfach einen Esstisch mehr nehmen. Ich werde den... Oh, ich kann den nicht kaufen. Nein. Warum nicht? Was ist das gewesen? Ist egal. Wir müssen direkt rein. Wir müssen direkt rein, sonst tut es nicht. Einfach direkt rein. Stell dich hin. Wir brauchen das. Das ist das Blaupausenkabinett. Und da rotieren jetzt immer die Sachen durch. Das Streamerleben ist echt so schwer. Tut mir voll leid. Oh nein. Lässt es doch nicht auch noch vor. Hilfe. Ich weiß es nicht. Also, was machen wir? Drin lassen? Ja, drin lassen. Saven. Weil wir kaufen das nächste Runde. Und wir fangen direkt an einfach. Ich gebe dir einfach zwei Tomaten. Bereit? Ja. Ey, nicht drei. Stell mal eine Round, Alter. So zwei Tomaten. Was gebe ich dir alles? Gib mir mal lieber. Ey, mach mal jetzt keinen Scheiß hier. Guck mal. Wieso kannst du morgen abends nicht auch wieder callen, oder was? Nee, morgen ist ja der Tag, bevor es losgeht. Mittags kann ich. Aber morgen ist auch neue Fortnite-Review. Ich glaube, da gehe ich sogar mittags rein. Echt? Ja. Ich finde das Vierer-Spülbecken wahnsinnig stark. Ich finde es auch geil. Ich glaube, ich finde es sogar stärker als das... Nicht upgraden oben, ne? Nicht upgraden oben. Wobei ich aber auch im frühen Kopierer auch mächtig finde, ne? Ja, aber wir haben ja noch nichts zum Kopieren. Oh, das ist jetzt... Ich habe noch zweimal das Telefon geringt. Ja, das Vierer-Spülbecken ist stark. Ich finde es auch sehr stark. Dann müssen wir schauen, was wir jetzt bekommen. Komade-Kochstelle, Esstisch. Was ist das? Das ist das Blaupausenkabinett, das Blaupausenkabinett, den werde ich bauen. Und dann werde ich darauf achten, dass da auf jeden Fall nochmal ein... Dann graden wir ein Spülbecken ab, ja. Ja, dann graden wir ein Spülbecken ab. Sicher? Und direkt rein, würde ich sagen. Ja, direkt rein. Und ich werde da oben immer drauf achten. Guck mal, Blaupausenkabinett. Könnten wir schon locken, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ist, was wir brauchen. Ich finde ja, ich finde ja, ich finde ja, ich finde ja. Sicher? Okay, ich habe es jetzt gelockt. Können wir jedes Mal mehr upgraden, können wir jedes Mal mehr... Ja, das stimmt. Doch, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt ist es noch stark. Zur Sicherheit, was wir in den Beschissen kommen. Guck mal, schon hat es sich gelohnt. Wir haben jetzt jede Runde eine Sache, wenn ich mich drauf konzentriere, wie wir... Und wir haben Blaupausenkabinett dazu noch. Ja, genau. Die Kombi aus beiden ist böse. Ich finde die Viererspüler echt stark. Also wirklich stark, wenn ich in den Viererspüler. Brauchen wir noch was? Reichen acht Pizzen? Ja, wahrscheinlich. Du kannst von mir aus das Ding oben drücken gehen. Oder ich gehe es drücken. Bin da. Was mache ich hier, warte mal. Ich glaube, es kommen eh nicht mehr so viele Gäste. Dann drückt das zweimal. Kriegt 10 Coins und dann kommt nur noch einer. Ja, ja. Das ist ein bisschen scuffed. Upgraden? Wollen wir upgraden? Ja. Ja, ja. Oh, starte, warte. War vergessen. Gut, Chat, gut. Na ja, Spielmaschine ist doch scheiße, ne? Kannst du aber vorher eh nicht wissen. Aber kann doch nochmal werden, oder? Ja, ja, wir können es nochmal abbilden. Exklusiv ist es, oder? Fürs super, super fette Late Game. Echt ist, glaube ich, fürs... Tischgeduld juckt doch nicht, oder? Nee, Tischgeduld juckt nicht. Was ist, wenn man voll automatisiert? Was ist dann besser? Rechts. Vor allem, ich glaube, rechts ist besser, weil wir alpin sind. Weil die essen schneller. Kürzere Esszeit. Und desto schneller die essen, desto eher kommen die anderen rein. Weil nehmen wir an, wir sind ganz, ganz spät gedacht. Wir sind voll, voll, voll automatisiert, okay? Ja. Dann geht es nur noch darum, dass die Gäste so schnell wie möglich reinkommen und so schnell wie möglich ihren Scheiß essen. Und dann abhauen. Ja, ne, du hast recht, recht. Die sollen einfach, die sollen einfach... Machen preiswert. Wir werden fast food laden. Fast food pizzeria, komm. Neonleuchte. Hier wäre ein Foto 30. Wir kaufen dreimal. Also, wir kaufen mal... Aber stopp, was haben wir oben, was können wir da kaufen? Nichts. Durch den kaufen wir nicht. Ah doch, warte, wir können das Blaupausenkabin, das kaufen wir. Das muss hier irgendwo rumliegen. Such es. Hier ist es. Guck mal, dann kriegen wir sogar in Deko-Runden, kriegen wir... Ja, stopp, kaufen, ja. Natürlich kaufen, also, oder? Neonleuchte. Ich würde jetzt noch... Deckenleuchte kaufe ich noch. Ist ja scheißegal am Ende vom Tag, so. Hier ist noch ein Werbefoto für 30. Kaufen noch? Ja. Auf drei kommen. Hau mich frei. Gut. Oh, was ist, wenn wir so eine Blaupause einstecken, die dann nachher re-rollen? Geht das? Falls wir gleich re-rollen? Das wäre natürlich krass. Aber das, was hast du dir jetzt gemacht, was gar nichts bringt, oder? Ja, ist... Neonleuchte. Neonleuchte. Doch, doch, passt. Okay, lass starten. Okay, ich upgrade die Spülmaschine. Wir haben so viel Platz, den wir nicht nutzen. Das ist so schade. Wir müssen es jetzt mal schaffen, Max. Ja. Ich nehm's raus. Am Anfang kommen mehr Gäste, das ist echt nervig. Äh, Vöderband, Vöderband. Locken, locken. Ist gelockt. Sauber, Junge. Ich hab nicht hingeschaut, tatsächlich. Das war deins. Dein Verdienst. Ich hab da echt richtig hingestockt. Jetzt geht's doch gut ab. Wir haben eine Blaupause. Ich find's gut. Ja, ja. Wir müssen jetzt nur in der Blaupause noch einen Kopiertisch snipen. Und dann sind wir weiter. Ja, oder... Oder halt einen normalen Tisch. Klingel, klingel. Klingel, klingel. Was ist denn so gut aus? Das macht doch immer so viel mehr Spaß irgendwie, ne? Ja. Das ist krank. Alter. Und wenn jetzt wieder mehr Kuppengröße kommt, dann schlag ich mit meiner Faust durch den Monitor durch. Essen brennt 100% an. Juckt uns nicht. Das ist doch schon mal perfekt, oder? Fügt Mandarinen als Vorspeise zu, Alter. Guck mal, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Förderband, was wir saven können. Spülbecken. Guck mal, jetzt würde ich zum Beispiel... Riesen. Ja, guck mal, jetzt würde ich zum Beispiel das hier saven und einmal rerollen. Was hier? Einweichbecken, das würde ich auch einfach mal... Beides abreden, oder? Achso, die Einweichbecken willst du behalten, ne? Einweichbecken will ich verhalten. Kauf das. Kaufen? Ne, vielleicht duplizieren gleich. Wieso duplizieren? Ich troll jetzt einmal, die fünf Sachen, die wir haben, und dann kommt da... Stopp, da ist ein Küchenmesser, okay. Oh, noch eins, stark. Portionierer auch stark. Ich glaube, Portionierer kaufen wir. Einweichbecken kaufe ich. Ja, dann tun wir... Ja, jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir es. So wird das beides rein. Portionierer kaufe ich, ne? So ist ein Weichbecken. So ist ein Weichbecken. So ist ein Weichbecken. So ist ein Weichbecken. So, ne? Jetzt ist mächtig. Jetzt haben wir dann gleich zwei Greifer. Ich kaufe noch das Einweichbecken. Stell den Scheiß hier hin. Guck mal, das ist doch... Das ist doch so geil. Das ist doch so geil. Ich habe so viel Spaß. Geiler. Jetzt ist es krass, gerade jetzt ist es krass. Eins nicht upgraden, wieso? Ne, Spaß denn. Doch, beide upgraden brauchen wir. Also normales Ding hilft ja wirklich gar keinem. Bereit? Ja, ich bin bereit. Kannst du da... Crater up direkt. Ja, ich crater up direkt. Wir sind jetzt schneller, weil wir haben jetzt noch ein Einweichbecken. Und wir haben noch die Portionierer. Ja, wir warten zu haben es. Es sind keine 15er Gruppen, die kommen. Das ist echt chillig, ne? Boing. Ich hole die Pizza raus. Oder so. Forschungstisch, Forschungstisch. Locken. Junge, dafür, dass du gesagt hast, du bist am Arsch, bist du überhaupt gar nicht am Arsch. Bist du überraschend nicht am Arsch, sag ich. Oh mein Gott, Forschungstisch. Jetzt ist ja alles vorbei, oder? Jetzt haben wir es geschafft. Ist das der Run, seitdem wir seit Wochen hinterher lungern? Das ist der Run. Wir haben extra die großen Karten freigeschaltet. Das ist der Run, Alter. Stell dir vor, du hast uns drei Stunden zugeschaut, wie wir die ganze Zeit vom Game gefickt wurden. Gehst dann off. Und auf einmal. Und auf einmal lippts. Wir haben eine Blaupause. Wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. Das ist so krass. Wir haben zwei, wir haben zwei Greifer. Ja, zwei Greifer ist auch krank. Ich klingel durch. Ich bin so euphorisch, dir wird jetzt ein bisschen geklingelt. Ich stelle hier unten eine Pizza hin. Keine Ahnung, warum ich das mache. Oh, wie schnell die essen. Das ist ein Traum. Ja, du weißt, dass diese Runde jetzt einfach das volles Jahr einfach irgendwie zehn Stunden noch zu gehen. Was machen wir da dagegen? Happy sein. Zauber. Zauber. Beasy, danke für die fünf Subgifts. Alright, nice. So, wo ist es? Nicht kaufen, nicht kaufen, wenn du ihn siehst. Nicht kaufen. Ja, ja, hier, ja, hier ist er, hier ist er, hier ist er. Jetzt müssen wir einen Greifer kaufen, aber ist nicht schlimm. Ich nehme das mal raus hier, zack. Ja, danke. Es ist ein Greifer, es ist kein Smart Greifer. Ist egal. Er greift alles, was kommt. Er greift alles, was kommt. Aber es ist nicht schlecht, weil das Ding kann man einfach irgendwo hinstellen, wo eh nur eine Art ankommt. Weißt du, was ich meine? Kaufen, ja? Kaufen. Eingreifer tun wir, ich finde... Also ich sag so, ich kann mir den schon gönnen zum, äh, ich kann mir den zum dreckigen Geschirr schon gönnen eigentlich. Können wir den nicht von dem Geschirr zum Portionierer, das immer schon dann Tüter drin ist? Geht Geschirr in den Portionierer? Ich glaube nicht. Aber sonst würde ich ihn einfach hier hinpacken. Nee, weil ich würde einfach einen Vorschlag für dich. Was willst du machen? Das ist mein Abtropfbecken. Wird hier reingelagert einfach. Dann haben wir automatisch saubere Teller. Okay. Oder? Wäre mein Vorschlag jetzt. Aber einfach automatisch saubere Teller. Ja. Da kann immer nur ein Teller drin sein, ne? Da kann immer nur ein Teller drin sein, leider, ja. Das ist nicht smart, wenn ich einen hochgehe, dann kann ich den auch mal rausnehmen an den Teller. Ja. Ja, ja, smart. Kommst du noch an den Forschungstisch ran? Ich komme nicht mehr an den Forschungstisch. Wir kommen an alles nicht mehr ran, da oben. Wir können auch schon umziehen nach da unten eigentlich. Nee, da rauslaufen fühle ich noch nicht. So ist gut. Mach da oben auch. Ja, aber wir brauchen doch, wir müssen doch auch an den Tisch hier rankommen. Ah, den können wir nach unten packen. Den stellen wir... Soll ich den hier hinstellen einfach? Warte, was ist denn hier los? So? Ist so gut? Mhm. Okay, dann create ich ab am Anfang. Das ist doch richtig gut sogar. Ja, jetzt bin ich happy. Es geht los. Ich bin... Wir können nicht mehr klingeln jetzt, aber ich glaube, wir klingeln sich nicht mehr. Ich glaube, es ist... Ah, es ist leider nicht der Kopierer geworden. Aber es ist egal, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, wir haben ihn. Wir haben Zeit, wir haben ihn. Wir haben's, wir haben's. Es ist scheißegal. Käse. Viereck muss man unten drücken, um zu locken, ne? Oder X. Warte, das ist scheiße. Viereck oder X am Tisch, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Nicht, dass ich aus Versehen X drücke, wenn ich mir Mehl nehme. Ich weiß es nicht. Blau Pause, Gabinett! Ja, locken. Du hast oben schon komplett abgegradet alles. Ja. Du musst es ja zweimal upgraden. Ja, das ist noch ein bisschen verwirrend. Ja, genau. Du musst die saubere Teller mal rausnehmen. Ja, ich würde es gerne ein bisschen drücken, aber fest drauf. Ich komme da nicht mehr hin. Der wäscht echt langsam. Der wäscht wirklich langsam, ich weiß. Aber ich glaube, er wäscht schnell genug. Das ist, was zählt. Und wir haben genug Teller. Ach, wir sind noch nicht fertig. Ich habe mich gerade zurückgelehnt und übel gechillt. Nice. 89, gut. Blau Pause, ich bin jetzt kaufen direkt. Ja, ja, kaufen, kaufen. Und dann können wir da die Kochstelle reintun für deine sichere Kochstelle. Nicht Spülbecken, lieber. Im Moment haben wir doch kein Problem. Doch, das Spülbecken. Spülbecken finde ich besser. Okay, dann können wir direkt auch machen. Schau, haben wir einen Smartgreifer? Den dürfen wir nicht upgraden dann, ne? Den dürfen wir nicht upgraden, ne? Guter Call von mir, ja, sie. Sie, sie. Sie fliegen. Und dann gehen wir hin. Irgendwo. Hier. Sehr gut. Und das beides upgraden. Das ist ein Scheiß und das andere ist... Was ist das? Das ist wieder dasselbe, was wir schon haben. Dass das unten steht. Das ist uns jetzt schon so stark. Das hat uns schon sehr stark gemacht, aber ich glaube, nochmals nutzlos. Ja, okay, hast du recht. Dann musst du uns auf zwei Sachen dauer fokussieren. Das ist doch komplett schassig. Let's go, let's go. Ja. Das ist leider wieder nicht der Kopierer geworden. Du musst noch eine Runde warten, bevor wir kopieren können. Das ist ein bisschen enttäuschend. Was brauchen wir denn überhaupt noch im Laupausenkabinett unten? Aber... Alright. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Ähm, was brauchen wir Mixer für dich? Tüchen? Ne, ne. Ne, wir sollten für Mixer gehen oder sowas. Feuerlöscher ist das auch nicht. Ist das schon eine Spülbürste? Mit dem Viererbecken könnte stark sein. Ne. Wir wollen doch jetzt automatisieren, oder? Ne. Ich muss auf und zu mal die... Ich muss auf und zu mal die... ...sauberen Teller da rausnehmen. Oh. Oh shit. Spülbürste? Ne, ne. Ne. Digga, wir sind schon Tag 9, die, ne? Oh, wir haben nicht mehr drunken drauf geachtet, ne? Bunt. Bunt. Obwohl, ja, nehm, scheiße. Nehm, scheiße. Ich hab drauf geachtet, doch, doch. Echt? Ja, kam noch nichts. Ja, ja, kam Besteck, Annahme, komische Sachen kamen. Bunt. 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 mehr gäste kurz vor geschäftsschluss da habe ich meistens viel vor produziert oder mehr gäste kurz vor geschäftsschluss 127 was machen wir damit rein theoretisch können wir einen smarten greifer kaufen ich mache jetzt ein call kaufen diesen einen smarten greifer und greifen das andere ding einfach wieder zum smarten greifer ab stopp ich bin auch echt in struggling gekommen gerade sage ich noch ein smarter greifer wäre halt böse wenn er das vom einweichbecken wenn er das vom einweichbecken das ding macht dann ist ja gewonnen ist gewonnen dann ist für mich machen wir das wenn wir das machen greifer kaufen ja ja das auf jeden fall ich mache einfach die spüle hier unten hin was war hier noch mal drin was das hier ein weichbecken zweites holy shit nehmen wir kaufen ja als erstes das fette vierer dann als einweichbecken dann zurück zu den dingern jetzt kannst du aber nicht mehr ausgehen oder ich baue den hier den hier dahin dann kann ich oben noch durch ne kann ich nicht ich weiß warum kannst du das einfach machen muss das hier abgeholt werden was da drin smart ist echt noch voll online da muss ich jetzt nur noch das ding auf saubere teller einstellen das wird ist geil das ist jetzt richtig gut die kleine straße die kleine straße ist super die bringt uns so viel arbeit weg und portioniere auch noch dabei mikrowelle am start andere spüle aber jetzt muss aber der drucker kommen oder nicht ja jetzt musste jetzt kommt der drucker hundertprozentig ich kann aber ich kann nicht durch durchlaufen musst du ja nicht oder naja muss ich nicht denk noch dran an saubere na ja das brauchen wir unten beim laubhausen zwischen das ich vier stunden gebraucht habe um diese kleine straße zu sehen bricht mich ein bisschen ne weißt du was ich mein es hat auch viel zu lange gedauert dieses kleine ist es ist eine frechheit es ist eine frechheit alles was ich wollte war das geschirr und noch mal oder upgraden geschirr ne doch noch upgraden geschirr smart mixer noch besser gelockt ja lockt den mixer diese kleine straßen so viel stress hatte ist echt fett drei stunden gebraucht und zwei greifer dazu haben ja der eine war nicht heftig werden können wo wir 50 kopieraden ja das stimmt aber das eine waschdebecken kommt schon an seine grenzen das arbeiten muss auch mal selber spülen die dinger würde ich sagen du kannst den müller mit riesen weg machen da kann ich mal zum spülen kommen weil ich bin hier echt an die viele gäste kommen vor ladenschluss ne ja viele gäste aber das ist ja der schafft das trotzdem das ist eine kleine einweichbecken so am kämpfen immer von hier oben wenn es zuerst geht dann kann ich die schon wieder hinlegen von oben meinst du ja oder direkt den portionierer halten wir nicht das untere ja oh mein gott wieso 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 ich habe neue kraft neuen spaß ja es ist kraft jetzt ist gerade heftig das einzige was uns ficken könnte werden jetzt irgendwie vier gruppen kommen oder nur nur gruppen die 17 verschiedene richter auf einmal wollen und die kommen mit ihrer ganz familie so dann haben wir verloren war das schimmer siehst du das links unten ja wieso ist das so was ist gerade passiert nur zwei tische haben glaubst du ich kann das so abräumen rechtzeitig ja oder sagt direkt unter die schule dieses mehr gäste kommt vor ladenschluss alter das bricht uns das genick gleich das war giga knapp max wir müssen wir dann weg machen ich muss ja mal waschen helfen nein nein das lag nicht am waschen ich konnte nicht schneller bedienen das ging nicht ist so wie ich hatte ja auch genug stuff aber die haben sich hingesetzt und auf dem weg zum hinsetzen war dieses ding schon so weit runter mixer upgrade war mix upgrade und den kopierer auch ja kopierer echt jetzt holen raus mix upgraden den kopierer haben wir damit müssen wir jetzt was hier an den greifer ja noch gibt's nichts zu kopieren aber kaufen tun wir trotzdem wir räumen jetzt um nach unten echt jetzt müssen wir wir müssen jetzt upgraden und gleichzeitig kopieren oder ich finde das so besser da oben geht doch alles das hat so gepasst wenn du jetzt noch warte muss wieder rein das soll ja nicht geupgradet werden hier das ist ja das mag doch doch soll doch so das soll nur kopiert werden es ist doch ist nein nein das ist nur der normale greifer das heißt wir haben hier und dann kopiere ich und dann platziere ich hier noch einen tisch hier haben wir gar nichts drin wir haben auch noch nie geroll das darfst du nicht vergessen wir haben echt 225 pflanze geduld ja wir bräuchten irgendwie geduld für draußen wie viele punkte haben wir denn drei von sechs können wir mehr machen ich habe mehr tisch hingestellt ich habe ganz viel mehr tisch hingestellt die ich alle bedienen kann gleichzeitig nur noch zwei tische jetzt das sollte jetzt schon mal ein ich kann dir hier beim waschen was wenn ich dir hier waschen helfe ist okay dann zieht der saubere teller raus ja das passiert geht hier ein sauberer teller rein nicht dass ich hier wasche und dadurch mache ich alles kaputt aus irgendeinem grund er würde auch einen sauberen teller reinlegen das ist kein problem das ist dem egal du darfst nur sauberer teller sauberer teller und weiter ok ja das passt ich glaube jetzt mit den vielen tischen ok jetzt auch gerade um natürlich muss aber hast du mir den tresen ich nehme den tresen stellen hier hin damit ich über so so über sagt und dabei perfekt ok bereit ja auf die plätze fertig muss halt erst beides upgrade und dann beides kopieren da ist noch ein esstisch was brauchen wir denn von dem unteren tisch der was sonst gibt ich kann auch gleich kopieren chill ja was ja auch jetzt wäre so ein nixer mal geil für dich ja haben wir doch ein schon so ja stimmt dann keine ahnung das ist super gut fürs late es ist gut ja stimmt wir wollen doch irgendwann pro runde drei greifer bekommen guck mal was jetzt passiert was was soll passiert sein wie viele leute sich da mal hingesetzt haben was für scheiß guck mal wie deine pizza weg geht ich schenke extra 3 ich komme nicht hinterher ich will eigentlich da oben kopieren und hier beim waschen helfen ich gehe jetzt ohne kopieren richtig ja mach 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 ohne die spülstraße hätten wir jetzt schon wieder verloren ne vielleicht nicht verloren aber doch schon verloren das war gut dass du die weg genommen hast die obere pizza weg dem ist immer geil da kann ich die neue pizza hinlegen weil die kann ich nirgendwo anders hinlegen scheiße damals haben wir hier ein kleines problemchen was denn ich muss die Tellersel manuell umlegen warum weil guck mal das ist doch scheiße 3 es war so ich weiß ich kann es nicht beschreiben mehr was soll ich denn sagen was wir noch in blaupausen bekommen haben ist böse alter jetzt wirds gleich richtig böse ja 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 sorry sorry es brauchen wir noch noch ne pizza weiß es nicht ja logisch 1,2,4. Grad geht auf. Boah. Na? Nee, das ist stressig, das ist stressig. Das ist ganz knapp. Das mach ich ja wirklich nicht, wenn ich oben bin. Du siehst gar nicht, wie knapp das teilweise ist, glaub ich. Trotz der Straße an Tag 11? Trotz der Straße an Tag 11 wird's richtig knapp. Weil wir mehr Gäste am Anfang und am Ende haben. Das sind halt diese Bikes, die kommen, die uns ficken. Willst du noch... Warte mal. Das Einweichbecken hier oben benutzt du doch gar nicht, oder? Ich werd's gleich benutzen, warte mal. Was, wenn du das einfach noch so hier hin machst? Da noch eins so für hier oben, falls da mal ein Geschirr ist. Smarten Greifer, ich werd jetzt mal den Smarten Greifer hier noch kaufen. Und dann damit? Jetzt werd ich mich erstmal hier durchbauen müssen. Ich werd den Smarten Greifer benutzen. Kannst du den wieder da hinstellen? Blaupausenkabinett kauf ich erstmal, ne? Oder kopieren. Das geht's um mich, bitte. Ich werd fast für Blaupausenkabinett kopieren, Alter. Wir müssen den Smarten Greifer kopieren. Wir brauchen davon jetzt viele. Was haben wir denn hier drinne? Smarter Greifer, wir können auch zwei Sachen kopieren. Stimmt. Wir können sogar drei Sachen kopieren. Ey, mein Mixer ist auch hinten fertig, oder nicht? Der Mixer ist fertig, was ist denn da drin? Der ist sogar schon einmal kopiert. Was ist es geworden? Ja, muss ich hinstellen, damit man was lesen kann. Schnellmixer. Schnellmixer. Ja, ich kann einen kaufen und einer bleibt drin, ne? Ja. Dann haben wir jetzt einen smarten Greifer. Der wird aber gerade upgrade, das ist falsch. Der smarte Greifer kommt in den Only-Kopierer. Und das Blaupausenkabinett kommt in Upgrade und Kopierer. Kann man ja eh nicht upgraden, oder? Ja. Ne. Genau, und der Mixer soll upgrade werden. Jetzt kriegen wir jede Runde einen smarten Greifer. Und ein Blaupausenkabinett. Jede Runde. Ich würd' jetzt gerne so machen, dass du... Du musst doch einstellen, dass nur dreckige Teller auf den Dings kommen. Jetzt wird's laufen, ey. Ich hol mir den Mixer hier, ne? Du musst das halt automatisch selber machen. Das ist halt nervig. Ja, aber das schaffst du wohl. Du hast in der nächsten Runde noch einen smarten Greifer. Ich hol mir den Mixer hier, den schnellen Mixer, ja? Ja, mach ihn einmal. Der ist zwar nicht long-term, aber kurzfristig brauchen wir den. Jetzt fehlt mir ein bisschen Arbeitsfläche, aber ist okay. Ich bin echt sehr unzufrieden. Wir brauchen jetzt... Was wir jetzt locken müssen, ist Geschirr für den Smart-Plater. Damit ich die Leute schneller bedienen kann und abräumen. Dann brauchst du auch ein Tablett, ne? Ey, aber das, was wir haben, ist jetzt krass. Wir kriegen jetzt jede Runde einen Smart-Greifer und jede Runde eine Blaupause, ne? Was wird da gerade abgegradet und kopiert? Kannst du mal schauen? Smart-Greifer? Mixer? Ja, aber der soll ja nicht abgegradet werden, der Smart-Greifer? Weiß nicht, hab ich doch extra oben... Hier ist... Hier ist Blaupause drin. Ah, cool, cool. Ich hab doch gerade erzählt. Hier ist der Smart-Greifer drin. Cool, 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 cool. Das ist perfekt. Wir brauchen jetzt einen Smart-Plater und ein Tablet langsam. Ja. Aber gleich kriegen wir den richtigen Mixer und noch einen Greifer. Hier oben steht nichts. Ist das gewollt? So was hin eigentlich. Willst du noch einen Notfall-Tresen bei dir irgendwie haben? Warum ist da eine Lampe? So ein Burger-Dings-Kack-Ding. Brauch ich. Um hier die Ecke zu bedienen, siehst du? Nimm doch lieber das hier, dann hast du noch einen... Lass mir raus. Dann hast du noch einen Notfall-Hinsteller. Dass mal ein dreckiges Geschirr loswerden muss. Okay, dann nimm das wieder. Oder? Ja, doch. Kann man machen. Der kann auch einen hören, ne? Okay, wollen wir? Ich brauch dich nicht, ich hab einfach nur Greatest Up. Upgrade. Hast du? Bist du Mute? Hallo? Ja, haben wir alles, ich muss kurz überlegen. Du kommst nicht wohin? Du kommst nicht an den unteren Tisch? Das stimmt doch gar nicht, ja? Hier, hallo. Hallo? Hallo und hallo. Der hat mich einfach verarscht. Gut, dass er geteimert wurde. Ja, let's go. Ich komm an jeden Tisch. Let's go. Boah, wie schnell ist der? Kaffeetisch locken? Nein, nein, bitte nicht. Oh nein! Ich hab gelernt, dass das gut ist. Mann, oh. Ich hab's gelernt! Hä? Ey, wir brauchen den Smartplater so viel mehr als ein kleines Kaffeetisch. Wir müssen die Leute abfertigen. Na, das ist wirklich getrollt, Alter. Ein Smartplater, das schaffen wir doch easy. Also der Schnellmixer ist ja krass. Ja, stimmt. Ich komm schwer an den unteren Tisch. Können wir resetten? Er hat tatsächlich recht gehabt. Ich komm extrem schwer an den unteren Tisch. Ist gigakrampfig. Wir müssen resetten. Ich kann den unteren Tisch nur ganz schwer bedienen. Aber dann höllenschnell, höllenschnell. Oder ich bediene den unteren Tisch einfach gar nicht, oder er ist viel zu spät. Ich entscheide dich. Dann schaffst du eine Runde, oder? Ja, vielleicht. Ich brauche nicht mehr den Bediener hinterher. Oh, muss ich viel Strecke machen, Alter. Ist das schwierig. Das ist übel. Was? Wieso ist die zugegangen? Die war doch gar nicht da. Ist das Pitzer verbrannt hier? Digga, wie schnell breit sich das Feuer aus? Wollt ihr mich verarschen? Was war das denn für eine Scheiße, was? Das ist reset. Die Leute nicht bedient. Nee, ist ein Reset. Wir müssen resetten. Die Leute nicht bedient. Weil dir unten die Ecke fehlt. Nicht nur, weil die Ecke fehlt. Nicht nur, weil die Ecke fehlt. Sondern? Das liegt nicht nur in der Ecke. Der Weg ist zu lang zum Spielbecken. Es dauert eine halbe Ewigkeit. Ich alte vier erstmal. Weil das schaffen wir so nicht mehr. Dann muss das Spielbecken in der Mitte sein. Wir müssen das umbauen. Wir müssen das Spielbecken irgendwie in die Mitte bauen. Sonst kriege ich es nicht hin. Aber ich muss dir die Pizza so servieren. Und deine Waschstraße muss so sein. Das wird nicht funktionieren. Der Laufweg ist zu krass für... Irgendwas müssen wir ändern. Oder wir vielleicht... Vielleicht kriegen wir es auch nur mit drei Tischen hin. Dass wir einfach nur drei Tische bedienen. Drei Tische müssten eigentlich reichen, oder Chat? Mach doch einen Tisch vollautomatisch.